Gut, also stellen wir mal kurz die Kolonie vor. Das alles ist auf natürliche und chaotische Weise gewachsen, fügt sich aber inzwischen doch zu einer erstaunlichen Einheit zusammen, so möchte ich das mal beschreiben. Wir haben neun Kolonisten im Moment, neu dazugekommen ist Otto beim letzten Mal, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben hier einen Arbeitsraum, hier haben wir vielleicht bald eine ein bisschen zu kleine Kühlung. Hier haben wir vier Schlafräume, hier haben wir Schlafräume, es gibt ein Pärchen und hier haben wir das letzte Mal angebaut, das wird auch noch ein Schlafräum, ich glaube da kommt Otto rein, der liegt noch bei Krankenstation. Hier haben wir die Küche und den Essbereich, ansonsten ist alles so ein bisschen eingemauert, das Ganze ist hier ein Innenhof, im Innenhof wird angebaut, alles mögliche, Hopfen seit neuestem, Erdbeeren, Baumwolle, Kartoffeln und so weiter, dann sofort Heilwurzel. Hier haben wir für den Notfall Räumlichkeiten, wo wir auch zu jeder Zeit quasi im Innenraum anbauen können, Reis machen wir dort. Energieversorgung wird erfolgt durch Windturbinen hier und dort, durch Solaranlagen und durch ein Geothermie-Kraftwerk, aber wir haben seit Ewigkeiten diese vier Batterien voll und haben seit längerem keine Stromversorgungsprobleme mehr. Ja, hier unten sind noch, was steht hier? Hier steht die Schlachterbank, hier im Lager steht der Steinmetz, das sind im Moment die einfachen Latrinen, das hier ist als Gästezimmer oder Gefängnis dient das Ganze und hier haben wir ein Krankenzimmer gebaut. Das ist im Prinzip erstmal so die Anlage. Wir haben so ein paar Sicherheitspunkte, wo wir Angreifer willkommen heißen können, hier auf dieser Seite und auf dieser Seite ebenso, die wir von innen gewissermaßen erreichen können. Ja, das hat sich im Moment als ganz gut erwiesen. Wir müssen hier noch ein bisschen was nachbauen. Der letzte Angriff lag noch nicht so lange her. Das erstmal zu der Anlage. Jetzt nehme ich nochmal einen Zug aus der Zigarre, dann reden wir vielleicht nochmal ein bisschen über unsere Leute, aber vielleicht habt ihr ja schon irgendwelche Nachfragen oder Punkte. Schwierigkeitsgrad ist das dieser, ich würde sagen dieser mittlere, ich weiß nicht genau wie er heißt. Sieht aus wie Prison Architect. Ja, ist klar, ist der gleiche Grafikstil. Keine Ahnung, was ich abgesegnet habe, aber es wird schon stimmen. Was ist das derzeit wichtigste Ziel der Kolonie? Grundsätzlich ist das wichtigste Ziel zu überleben. Im Moment sind die Pläne, dazu kommen wir gleich, wir wollen die Außenmauern erstmal aus Stein machen. Die sind meistenteils noch aus Holz. Dann ist die nächste Geschichte, die wir machen wollen, eine Brauerei. Und dann wollen wir unseren Hygienebereich erneuern. Und das wird ein Riesenprojekt. Aber ich denke, wir sollten das heute endlich mal angehen. Wobei ich keine Ahnung habe, da habe ich so eine Mod installiert, so eine Hygienesanitär-Mod, wo man hier allen möglichen Kram machen kann. Das sieht für mich total kompliziert aus. Und ich habe keine Ahnung, was ich da tun werde. Und das wird sozusagen der größte Spaß des Abends heute werden. Ja, die Räume sind alle dreckig. Das ist noch so ein Thema, um das wir uns möglichst schnell kümmern sollten. Wir haben hier oben auch erstmals eine Anbauzone für Bäume, weil wir das gerade irgendwie erfunden haben. Bäume anpflanzen, das muss man ja erforschen. Und das braun haben wir auch erforscht, genau. Wir können das ja auch mal wegklicken hier. Leute haben zerrissene Kleidung. Ich will eigentlich hier die Forschung wegklicken, genau. Ich weiß gar nicht, woran forschen wir jetzt gerade. Diese Übersicht ist auch eine Mod. Wir forschen, glaube ich, an sterilen Materialien. Ja, das ist aktuell das Thema. So, ansonsten, vielleicht machen wir uns zu unseren Kolonisten. Wir haben, ich fange vielleicht mal mit ihm an, mit Konstantin Snowden. Er ist Soldat und Hausmeister gewesen. Er ist unser Jäger, Schneider und Handwerker. Handwerker und ist der Vater von Richard Soden. Und wisst ihr was? Bei mir das irgendwie, weil ich das irgendwie skurril finde. Und ich glaube, wir müssen das mal ändern. Ne, wo kann ich das ändern? Wir können irgendwo seinen Namen auch mal ändern. Ich weiß nicht, irgendwo geht das? Ist egal. Also Snowden und Soden, das bringt mich jedes Mal durcheinander. Da muss irgendwie irgendeine Akte und Schreibfehler gewesen sein. Also er ist Vater von Richard. Richard ist Kräutersammler, ist der Sohn von Konstantin und der Mann von Paula. Und Richard ist wirklich, der ist, glaube ich, auch noch nicht so lange bei uns. Der ist Arzt und Landwirt, sehr talentierter Arzt geworden. So, dann kommen wir zu Paula. Hier haben wir Paula. Paula ist Bunkerkind und mittelalterlich irgendwie aufgewachsen. Und sie ist bisher unsere Köchin. Allerdings haben wir mit Otto einen neuen, besseren Koch. Insofern müssen wir gucken, was sie vor allem macht. Natürlich haben die alle noch so weitere Aufgaben, aber das ist so ihr Hauptjob. So, dann haben wir natürlich den berühmten Roland MacGyver-Groh. Der ist Wrackforscher und Maschinensammler und ist der Mann, der bei uns alles natürlich baut. Ist der Schmied und Handwerker, so wie sich das gehört für einen echten MacGyver. Achso, er hat ein Sturmgewehr und hier Konstantin hat ein Repetiergewehr, weil er jagen geht. Aber Konstantin ist eigentlich der bessere Schütze. Dann haben wir noch Princes, wichtig, popichtig. Princes, sie ist Systematikerin, 30 Jahre alt. Und sie ist die Schwester von Schauter. Das Schauter ist auch eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Und sie ist bei uns, macht so ein bisschen Forstwirtin, aber vor allem macht sie Forschung. Da ist sie sehr, sehr talentiert drin. Dann haben wir den eben schon erwähnten Schauter. Schauter ist berühmt als Bildhauer. Der ist ein großartiger Bildhauer, der wahnsinnig fantastische Kunstwerke herstellt, die wir sehr gut verkaufen können. Ansonsten macht er noch Bergbau, aber darüber hinaus so gut wie nichts. Also er weigert sich, hier einfache Tätigkeit durchzuführen und ab und an, wie hier, forschte er auch mal. Dann haben wir Rekahim. Rekahim ist Wissenshüterin, ist die Freundin von Paula und macht Feldarbeit, Bergarbeit und Reinigen. Die macht so alles so ein bisschen. So, wen haben wir jetzt noch vergessen? Carlotta. Carlotta ist hier so ein bisschen unsere Oma, 76 Jahre alt, mittelalterliche Quacksalberin. Und Carlotta, muss ich jetzt selber mal gucken, Carlotta macht Feldarbeit auch und ansonsten auch Transport und Reinigung. Also nichts super Spezifisches. Aber sie ist ziemlich talentiert im Nahkampf. Deswegen wird sie auch liebevoll die Messer-Oma genannt. Und zu guter Letzt, irgendjemanden habe ich noch vergessen. Ach, Otto. Otto ist sozusagen unser Neuzugang. Fabrikweltunternehmer. Und der ist wirklich gut darin, so in Sozialgeschichten sehen wir. Und wir werden ihn vermutlich als Koch einsetzen. Aber ihn haben wir kürzlich gerettet. Und er liegt noch auf der Krankenstation, wird noch geheilt. Also wenn er ins Spiel kommt, werden wir umsteigen vom Nährstoffspender auf wieder kochen. Wir hatten lange Zeit große Probleme mit der Ernährung, aber die haben sich jetzt gegeben. Ihr seht es, 2000. Nahrung haben wir jetzt im Sommer. Damit sollten wir eigentlich über die Runden kommen. Es wird ja noch mehr geerntet. Also ich bin ganz optimistisch. Das Einzige, was passieren könnte, dass unser Kühlraum nicht reicht. Da müssen wir uns dann im Notfall was überlegen. So, jetzt habe ich erstmal viel gequatscht und vorgestellt. Gibt es jetzt noch irgendwelche Nachfragen? Achso, wir haben noch einen Hund. Das stimmt. Das ist ein guter Hinweis. Ich glaube, der Hund gehört zu Prinzess. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Wo ist unser Hund? Ähm, Tiere. Nikita, Husky. Genau. Nikita. Äh. Steht gar nicht dazu. Ach hier, Master Princess. Der Hund ist super erzogen. Kann alles transportieren, retten und so weiter und so fort. Es gibt keine Krebskrankungen. Im Moment ist irgendwie alles in Butter. Wir haben alle großen Krisen überwunden. Äh, ähm, wir haben schon Lungentransplantationen hier durchgeführt und so weiter und so fort. Alles ist in bester Ordnung im Moment. Also wir können uns echt jetzt auf, ähm, konstruktive Dinge jetzt konzentrieren. Ich lasse einfach mal weiterlaufen. Was wir jetzt als nächstes benötigen, wir brauchen Holz, wir brauchen Stahl und wir müssen erst mal diese Verteidigungsgeschichten, glaube ich, erst mal reparieren, bevor wir jetzt groß irgendwelche neuen Dinge starten, würde ich sagen. Ähm. Man braucht einen Kühlraum von der Größe des Arbeitsraum, um die ganze Ernte einzulagern. Tja, Kühlraum ist dann möglicherweise auch noch ein Thema. Wir können aber ein bisschen nachdenken, liebe Leute. Ja, in der ersten Folge wurde es gesagt, der Kühlraum ist zu winzig, aber bis zur siebten Folge hat der Kühlraum wunderbar gereicht. Insofern muss das hier nicht kritisiert werden. Das war bis jetzt, sind wir damit sehr gut gefahren. So, was wir uns überlegen müssen. Was meint ihr? Was ist Priorität? Sollten wir erst die, ähm, die Holzwände in Steine umbauen? Oder wollen wir erst die Brauerei machen? Oder wollen wir, ja, nee, also, ich glaube, diese Wasserversorgung, diese Geschichte, das machen wir dann, wenn wir diese beiden Geschichten erledigt haben. Das ist erst etwas für den zweiten Teil des Abends, würde ich mal sagen. So, warte mal, wie können wir auf Tempo 2 gehen? Ja, es ist nachts. Immer noch 35 Grad. Was machen die denn hier alle? Wo gehen die jetzt alle hin? Hä? Ach, die, die rauchen alle jetzt ein Joint. Die gehen zusammen dahin und rauchen Joint. Ich fass es nicht. Ah! Das ist, ist das der Jointplatz? Was geht denn hier ab? Ach, und da oben gehen sie rein. Das ist ja ziemlich crazy. Habt ihr das gesehen? Ihr wollt Bier. Ich kann auch einen Boomer Loops sehen, da kann man Benzin melken für später. Ja, jetzt kommt nicht noch wieder mit Zusatz-Special-Geschichten. Was macht er hier eigentlich? Ach so, er düngt, ne? Oder sie. Carlotta düngt. Wir haben nämlich ziemlich viel Dünger hier. Den sollten wir auch nutzen. Wir werden ja tendenziell mehr. Haben aber im Moment jetzt nur noch die gleiche Fläche. Insofern ist Düngen eine gute Sache. Aber das Mini-Geschütz, diese Geschichten sollten eigentlich vorgehen. Wir können uns ja mal... Ah, Otto hat sich erholt. Hervorragend. Wartet mal. Was ist denn mit Otto los? Otto isst jetzt erstmal was. Wir brauchen... Er muss ein Bett kriegen. Ach so, hat er schon. Sehr gut. Ja, wunderbar. Das ist Ottos Zimmer da. Otto ist jetzt mit am Start. Und dann würde ich tatsächlich jetzt mal ein bisschen am Arbeitsmodus ein bisschen schrauben. Also, ich denke, Otto wird unser Koch Nummer 1. Das heißt, Paula sollte meines Erachtens nicht mehr kochen. Paula hat dann keine primäre Aufgabe mehr. Dann würde ich sagen, Paula wird primär sauber machen. Das ist ein bisschen gemein, ne? Paula wird degradiert. Von der Köchin zur Putzfrau. Aber irgendeiner muss jetzt hier mal sauber machen. Hilft nichts. Gibt es irgendwelche... Oh, was habe ich hier gerade gemacht? Ne, ich will nichts kopieren. Ich wollte eigentlich hier reingehen. Paula ist sozial halt sehr gut. Und sie ist auch in der Forschung sehr gut, sehe ich gerade. Eigentlich ist das ganz schön fies, dass Paula putzen muss. Sie kann ja erst putzen und dann auch Forschung Nummer 1 bekommen. Das ist vielleicht, glaube ich, in Ordnung. Und Otto hatten wir hier bei Unterhalten auf Nummer 1, weil er 11... Aber da könnten wir Paula auch auf Nummer 1. Otto soll sich mal voll aufs Kochen konzentrieren, würde ich mal sagen. Das ist, glaube ich, okay. Wo ist er noch gut drin? Wir gehen nochmal zu ihm rein. Ja, Sozial, Kochen, Bergbau, Medizin. Soweit in Ordnung. Bergbau braucht er, glaube ich, gar nicht 2 machen, sondern er macht immer 3. Das andere geht dann. Irgendeiner war doch noch nachtaktiv, ne? Habe ich schon wieder vergessen, wer das war. Hier. Ah, Otto ist die Nachteule. Und dem hatten wir doch hier... Haben wir dem schon zugewiesen? Ja, genau. Das hatten wir schon gemacht. Alles klar. Also Otto wird nachts immer hübsch kochen, wenn das so weiterläuft. Was macht Schauter da? Schauter geht aufs Gästeklo. Ach nee, der macht das sauber. Schauter macht sauber? Das kann doch gar nicht sein. Das glaube ich nicht. Jetzt forscht er wieder. Otto sollte Arzt werden. Wir haben mit Richard einen, der Medizin 11 hat, mit einem Talent. Während Otto Medizin 5 hat, mit einem Talent. Also es gibt eigentlich keinen Grund, warum Otto Arzt werden sollte. Da haben wir einen deutlich, deutlich besseren. Okay, Paula macht jetzt auf jeden Fall schon mal sauber. Das ist großartig. Das ist hier so verschmutzt überall. Das ist der reine Wahnsinn. So, was haben wir hier? Besucher. Ein Weber der Fraktion so und so. Sie heißt Blautölpe Menalobo. Okay. Man kann mit ihr handeln. Warte, 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 warte. Nicht so schnell. Blautölpe. Äh, Paula. Paula. Halt. Blautölpe. Handel mal. Dein Unterhändler Paula kann aufgrund seiner niedrigen Gesundheit nicht richtig sprechen. Wie bitte? Hä? Was? Wo? Was? Was ist denn mit der los? Habe ich irgendwas verpasst? Was hat die denn für Probleme? Sie ist High von Rauchblatt. Nein. Die kann nicht handeln. Ich fass es nicht. Da muss Otto ran. Otto ist auch High. Okay. Das geht ja schon wieder sehr gut los. Oh, Mann. Ja. Die Preise sind nicht so gut. Egal. Handle trotzdem. Dann handelst du eben High. Das war natürlich klar, dass sowas passieren müsste. Ich weiß nicht, haben wir noch eine Statue am Start, die wir verkaufen? So, was haben wir denn hier? Gucken wir mal. Wir haben irgendwie so ein olles 50% Shirt. Das will ich loswerden. Wir haben... Achso, die kauft ja gar nichts. Pemmikarn-Stoff. Was hat sie denn am Start? Sie hat nur Pemmikarn am Start. Einen Kurzbogen und einen Knüppel und ein bisschen Kräutermedizin. Davon haben wir hier aber 52. Nö. Das lohnt sich ja gar nicht. Das lohnt sich ja gar nicht. Gut. Dann machen wir das so. Was haben wir dafür bekommen? Silber oder sowas? Ich weiß gar nicht, was ist hier die Währung? Schon wieder vergessen. Stone macht man am besten Heals, ja. Jetzt haben alle wenig zu sagen, aber viel zu lachen. So ist es wohl. So Leute, aber wann wird denn hier mal wieder gebaut? Was ist denn hier los? Wer ist unser Bauer? MacGyver. Und warum? Achso, weil er Dünger baut. Dünger gilt als Bauen. Das ist natürlich nervig. Dann müssen wir das jetzt mal... Das finde ich irgendwie ein bisschen doof, dass das als Bauen gilt. Man könnte ja auch sagen, das ist Landwirtschaft. Aber nein, es ist Bauen. Bevor wir hier irgendwas machen... Aber halt, wisst ihr was? Wir müssen noch was anderes machen. Wir müssen jetzt mal langsam wieder ein bisschen Stahl organisieren. Wir haben nämlich, glaube ich, zu wenig, oder? Was haben wir hier? Silber, Stahl. Ja, genau. Wir brauchen unbedingt Stahl. Komprimierten Stahl für die Brauerei. So, abbauen. Abbauen. Achso, irgendwie ging das auch einfacher. Ja. Ich habe schon wieder alles vergessen. Bauen wir erst mal diese vier ab. Und die Ecke hier. Ich brauche dazu auch nicht pausieren. Blöde Angewohnheit. So. MacGyver, was baust du denn jetzt? Was machst du denn da schon? Raumstift? Äh. Achso. Du besorgst dir das Zeug, was du zum Baum baust? Ah. Jetzt geht's los. Ihr repariert die Wände. Ah. Okay. Ich verstehe. Das ist gut. Das macht ihr gut. Das habe ich gar nicht gesehen, dass die kaputt sind. Hervorragend. Wo gehst du jetzt hin? Jetzt baust du da hinten noch weiter. Die glätten die Bodenflächen. Hm. Das gefällt mir eigentlich jetzt nicht so. Dass das jetzt für euch Priorität hat. Man kann doch... Konnte man irgendwo befehlsmäßig Prioritäten setzen? Gab doch irgendwie, ne? Man kann die Leute einfach aktiv auffordern, ne? Oh Leute, wir haben schon wieder was... Ah, MacGyver, jetzt startet's. Alles klar. Wir haben schon wieder was erforscht, nämlich sterile Materialien. Sterile Kacheln für sterile Räume, die man effektiver medizinische Behandlung und Forschung durchführen kann. Okay, gut. Das heißt, das ist schon wieder das Nächste auf unserer Liste. Wir müssten eigentlich, müssen wir hier unser Krankenhaus mit neuen Fliesen ausstatten. Ja, und sterilen Forschungsraum. Das müsste man irgendwie umdisponieren, glaube ich. Also den ganzen Raum würde ich eigentlich nicht sterile machen. Aber schaut mal, wie schnell alles sauber geworden ist. Das ist hervorragend. Ja, rechte Maustaste. Ich hatte mich auch wieder erinnert. Danke für den Tipp. Und wir müssen uns wieder streiten und überlegen, was wir erforschen wollen. So. Dörrfleisch. Ne, das brauchen wir nicht. Gucke ich immer mal. Psychoid, Bogen. Ach, das ist doch alles irgendwie Käsekram. Was ist denn spannend? Feuerunterdrückung klingt irgendwie gut. Bauesprinkler, die bei Aktivierung Brände unterdrücken können. Hm, das klingt irgendwie wie was Vernünftiges. Das klingt irgendwie sinnvoll. Wir könnten aber auch hier tiefe Brunnen. Prothesen, Schutzrüstung. Ich gucke mal, ob der Chat irgendwie eine Idee hat. Automatische Türen. Prothesen, wird gesagt. Prothesen. Stelle einfache künstliche Körperteile her, um verlorene Gliedmaßen zu ersetzen. Zum Einbau wird ein fähiger Arzt benötigt. Teppiche. Je eher mal gute Prothesen herstellen kann, umso besser. Die Grundlagen der Mikroelektronik. Hm. Na gut, ich meinte mit... Also Prothesen. Elektronik. Dann kommen zwischendurch Handelsschiffe mit Stuff und recht viel Geld zum Kaufen. Hm. Hm. Okay. Elektronik. Wo ist denn jetzt die Elektronik? Grundlagen der Mikroelektronik, meint ihr das? Hightech, Labortisch und Funkanlage. Hm. Das klingt doch irgendwie so ein bisschen wie Zukunftsmusik. Wisst ihr was? Ich entscheide mich für die Prothesen. Danach vielleicht für die Feuerunterdrückung. Und dann können wir über so einen neumodernen Kram sprechen. Okay, also Schauter macht Stahl. Das ist gut. Was wir ebenfalls brauchen ist Holz. Sehe ich im Moment gar nicht. Ich habe gar kein Holz hier. Und dringend Holz. Was machen die hier? Ach, die pflanzen an. Naja, die sind immer noch beim Anpflanzen. Oh, wir haben das letzte Mal irgendwie viele Geschichten gestartet. Ähm. Ich werde mal gucken, wo wir Holz hacken können. Hier unten vielleicht irgendwo. Nix. Nix gewachsen. Das ist echt ein Problem. Holz ist echt ein Problem. Das ist ja Wahnsinn. So viele Bäume, aber alle schon, alle noch jung und unschuldig. Da sind noch ein paar. Hier oben sind auch noch ein paar. Müssen wir eben mal ein bisschen weiter entfernt gucken. Ehe unser Wald dort gewachsen ist, das dauert seine Zeit sowieso. Ja, krass. Das dauert ewig. Dieses Pflanzen dauert echt ewig. Baut Pappel an. Die sind auch erst 13, 12 Prozent gewachsen. Wahnsinn. Gut. Ja, also, wir gucken jetzt jetzt mal langsam schon mal, luschern wir auf das Thema Brau. Brauofen, Brauerei. Wir brauchen 120 Holz und 30 Stahl. Ja, Stahl wird ja gerade gemacht, aber, oh Gott. Haben wir davon wenig? Aber wo ist denn das hin? Stahl mal 25. Hier ist komprimiert der Stahl. Ach so, da auch, ja. Schauter, wo hast du denn den Stahl hin gebracht? Hast du hier nicht was abgebaut? Keine Ahnung. Die rauchen jetzt immer zu ihre Joints. Das nervt jetzt echt. Aber es ist ja auch 21 Uhr. Also, wir brauchen Holz und Stahl. Sonst passiert hier nichts mit der Brauerei. Das dauert offenbar ein bisschen. Und für das Fermentierfass brauchen wir auch Holz und Stahl. Wie groß ist denn das eigentlich? Die Brauerei, wenn wir die bauen würden? Ich hatte mir überlegt, dass wir die... Ich weiß nicht, hatte ich mir hier irgendwie schon was überlegt? Ansonsten denke ich, hier könnte man die Brauerei dort reinbauen. Oder wollte ich da irgendwas anderes reinbauen? Das passt ganz gut mit dem Fass. Ich glaube, das wird unser Brauereibereich. Falls ich mir da schon was anderes überlegt hatte, sagt es mal an, bitte. Ich habe es nämlich total verdrängt. Die ganzen Raumschiffstücke abreißen. Da ist auch Stahl bei. Okay, alles klar. Wir haben Reisen auf der Durchreise. Habe ich das nicht schon gesagt? Abreißen, abreißen. Okay. Hier liegt auch Stahl rum. Otto trägt jetzt Holz durch die Gegend. Nachts. Ach so. Stichwort Holz durch die Gegend tragen. Und Otto, wir wollen ja wieder kochen. Wir wollen wieder kochen. Und du sollst jetzt kochen. Und zwar, wir bleiben bei einfachen Mahlzeiten, weil wir kein Fleisch haben. Wir machen mal immer so, dass 40 Mahlzeiten da sind. Das ist denke ich okay. Gibt es hier noch was bei den Details einzustellen? Nee. Aber ich glaube, wir müssen hier noch beim Ernährungsplan das Ganze auf einfach ändern, oder? Wenn man einfach macht, dann essen die, glaube ich, im Notfall auch Nährstoffpasten. Aber wenn man Nährstoffpasten hat, dann essen die, glaube ich, nicht einfache Mahlzeiten. So war das doch, glaube ich. So, was ist los, Otto? So, jetzt musst du eigentlich kochen. Aber du wäschst erstmal mit dem Wascheimer und isst eine einfache Mahlzeit. Aber dann müsste es losgehen. Dann müsste es eigentlich losgehen. So, es ist aber alles schön sauber geworden. Also die Maßnahme hat sofort geholfen. Was machst denn du jetzt? Ah. Das macht Otto alles. Wieso macht er das? Du sollst jetzt, du sollst kochen. Habe ich dich nicht zum Koch ernannt? Kochen eins. Du bist nicht Aufseher. Das macht Paula. Du sollst kochen. Aber nein, du wühlst jetzt lieber in der Scheiße rum und trägst Zeug rum. Warum kocht der nicht, Leute? Gibt es da irgendein... Irgendein Grund, warum er jetzt nicht kocht? Habe ich irgendwas ausgeschaltet? Nee, Hilfsarbeit ist aber nachkochen. Das kann es nicht sein. Hilfsarbeit ist hinterher. Otto? Ich kann ihn noch nicht mal mit Rechtsklick zum Herz schicken. Wir bleiben mal beim Auf... Der macht allmöglichen Kram. Aber er kocht nicht. Trägt die Tonnen durch die Gegend. Was ist los? Minimum-Skill. Was haben wir hier? Arbeitsrausch. Prinzess ist im Arbeitsrausch. Minimum-Skill. Irgendwas haben wir wahrscheinlich bei den Details schon wieder gemacht. Nicht-Arbeitsaufwand 5. Pausiere. Erlaube alles. Ah, warte mal. Paula? Was heißt hier Paula? Ah, jeder Arbeiter. Oder Otto? Das ist der Grund. Paula hatten wir es nur erlaubt. Und die hatte jetzt andere Prioritäten. Das ist der Grund. So, Otto. Erstmal die Scheiße wegtragen. Und dann auf zur Küche. Das müsste es gewesen sein, oder? Hilfsarbeiter-Leckernudel ist nicht vorher. Wieso ist Hilfsarbeiter vorher? Hilfsarbeit ist doch was anderes. Hilfsarbeit ist... Lass Gefangene frei und betätige Schalter an Maschinen. Und Behälter öffnen. Aber was er macht, ist nicht Hilfsarbeit. Jetzt schläft er natürlich. Okay. Jetzt ist die Frage. Machen die sich trotzdem was im Nährstoffspender, wenn jetzt keine Nahrung da ist? Ich glaube, ja, ne? Also, ich glaube, einfache Nahrung impliziert auch Nährstoffnahrung. So, Leute. Das nächste, was mir nicht ganz klar ist. Was ist mit dem Stahl? Hier lag doch Stahl rum. Wo ist das hin? Ach, das haben die wahrscheinlich zum Reparieren benötigt. Okay. Wir müssen hier Stahl abbauen. Wir müssen jetzt mal richtig hier in die Puschen kommen. Befehle. Abbauen. Machen wir das mal hier. Komm. Bau deinen Stahl ab. Und dann geben wir das jetzt mal einfach in Auftrag. Beziehungsweise wir müssen diesen Kram, ja, bitte mal wegtragen. Das muss hier erstmal ordentlich sein, bevor wir irgendwas machen. Was ist das für ein... Was ist das hier für ein Untergrund? Steindecke dünn. Kann das so bleiben oder muss man das noch glätten? Mit geil, wer schleppt das erstmal weg. Wisst ihr was? Wir starten jetzt einfach mal damit. Und produzieren jetzt einen... Eine Brauerei. Wir haben von allem zu wenig. Blautöppel hat ihren Aufenthalt absolut genossen. Sehr schön. Sie hinterließt ihr eine Kräutermedizin. Wunderbar. Sie sind absolut begeistert von eurer Gastfreundschaft. So, ich packe das jetzt mal hin. Ach, da sollte das Bad rein. Ja, mit dem Bad, glaube ich... Mit dem Bad machen wir das noch ein bisschen größer. Ich glaube, das ist zu klein gedacht mit dem Bad. Wir machen ein richtiges Luxusbad. Und wisst ihr noch? Was hatte ich hier oben geplant? Das war, glaube ich, nur so als weiteres Zimmer oder so. Für den nächsten oder so. Ich glaube, da hatten wir noch nichts Konkretes, ne? Also den Standort des Bades, das wird noch ein Riesending werden. Ich weiß, ich brauche auch noch Fermentierfässer, ja. Aber wir brauchen vor allem auch erstmal Hopfen. Der ist nämlich noch gar nicht geerntet, oder? Der Hopfen wächst noch. Insofern brauchen wir uns jetzt auch nicht supermäßig beeilen mit den Fermentierfässern. Aber es sieht auf jeden Fall so aus, als wären die Minigeschütze fertig. Was mir gerade auffällt, wir müssen auch um das Geschütz noch Fallen bauen. Das hat sich als hervorragend erwiesen. Sicherheit. Schlagfalle. Holz. Irgendwie so verteilen. Aber die kosten auch viel Holz. Wir brauchen Holz, Leute. Wir haben echten Holzmangel. Also wenn mal ein Holzhändler vorbeikommen könnte, das wäre eine feine Sache. Würde ich auch glatt Holz kaufen. Hier ist echt kein Baum mehr. Doch hier unten. Na ja, okay. Ein bisschen was ist da. Wo ist denn, wo würde eigentlich Holz angezeigt werden? Die haben echt nicht mal ansatzweise Holz. So Otto. Es wird Zeit, dass du kochst. Ja. Otto ist am Kochen. Hervorragend. Guten Abend, Immanuel. Bad braucht Fenster zum Lüften. Ja, ja, genau. Deswegen bauen wir das Bad voranders hin. Planänderung. Ja, das Ganze ist sowieso mit Lagerraum und so weiter. Okay, also ich gebe zu, wir haben jetzt ein Lagerraumproblem. Das sollten wir vielleicht als nächstes angehen. Bau einer Steinmauer um die Kolonie herum. Ja, ja, das machen wir. Aber man muss Prioritäten setzen. Zuerst kommt das Bier und dann die Steinmauer. Die Frage ist jetzt, wie lösen wir das Lagerproblem? Wir müssen, wir brauchen irgendwie mehr Lager. Ich meinte, wir könnten das Problem erst einmal lösen, indem wir einfach diese Wände rausnehmen. Dann haben wir schon mal wieder vier Plätze gewonnen. Ich finde, das ist eine pragmatische Zwischenlösung des Problems. Wir haben sehr viele Bäume gepflanzt. Wenn die kommen, dann hoffe ich, dass wir erst mal nicht so viele Holzprobleme mehr haben. Diese Pflanzen dauert halt so wahnsinnig ewig. Sind die... Achso, wir können ja noch mehr pflanzen. Warte mal. Ach nee, das machen die automatisch. Ich glaube, wir müssen da gar nichts machen. Da kommt noch mehr hin. So, ich würde sagen, das ist sozusagen die erste Lösung des Problems. Wir reißen diese Wände ab. Was hatten wir hier für einen Fußboden? Wir hatten hier... Was war das? Beton. Naja, das machen wir dann danach. So. Und ansonsten, das ist natürlich noch keine wirklich langfristige Lösung des Problems. Ich gebe es zu. Die Alternative ist, wir könnten hier unten einfach anbauen. Diesen Bereich brauchen wir eigentlich nicht. Wir könnten hier quasi den Kühlraum erweitern. Ich glaube, das ist sogar die pragmatischste Lösung. Hier haben wir einen schönen Eingang. Dieser ganze Eingangsbereich ist sowieso Käse. Ja, das sehe ich jetzt erst. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Wir können das schon jetzt erweitern, sehe ich. Indem wir... Wir bauen... Das machen wir. Wisst ihr was? Wir fummeln uns hier weiter so durch. Wir bauen jetzt mal eine Sandsteinmauer hier hin. Und wenn die gebaut ist... Reißen wir schon mal das hier alles ab. Beziehungsweise... Entfernen diese Tür. Können wir da schon... Eine nächste Mauer bauen? Bau jetzt hier auch mit... Ne, da muss das erst entfernt werden. Okay, alles klar. Und dann haben wir schon wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plätze gewonnen. Wir arbeiten uns so Stück für Stück. Wir stückeln an. Das ist hier so... Ich nenne das immer russische Bauweise. Rimmworld Plattenbausiedlung. Ne, Plattenbausiedlung, die sind ja groß angelegt geplant. Wir machen hier so Hütchen und Hütchen und Erweiterung und Randstückelung. Oben geht das auch noch. Ähm... Ja, man könnte natürlich hier noch die Wand versetzen und hier auch noch so anstückeln. Das würde auch gehen, ja. Und dann könnte man hier auch noch eine Ecke haben. Aber... Ja gut, diese komische Doppeltür. Ich weiß gar nicht, ist die überhaupt sinnvoll, diese Doppeltür? Das würde nicht ganz so gut gehen, sagen wir es mal so, weil wir hier nicht dann durchkommen. Naja, ist schon ein bisschen Quatsch. Ich gebe zu. Aber... Leute, so sind wir halt. Okay, was ist jetzt eigentlich Phase? Es ist Phase, dass das hier oben gebaut wird und uns die Rohstoffe dafür fehlen, weil der Holzeinschlag nicht erfolgt. Deswegen gucken wir mal, wer ist denn jetzt hier an der Waldarbeit vor allem beteiligt? Prinzess. Prinzess. Prinzess müsste bitte, ja, Holz machen. Macht sie ja auch hervorragend. Ich hoffe, das wird dann auch geholt, ne? Das ist dann das nächste Problem. Okay, sie sorgt schon mal für Holz. Aber wer holt es? Nächster Blick auf die Arbeit. Transport. Richard, MacGyver, aber die haben anderes zu tun. Carlotta macht Feldarbeit. Ja, wir haben... Wir bräuchten eigentlich auch so einen reinen Transporter, oder? Den... Eigentlich bräuchten wir noch ein... Wisst ihr was? Wir bräuchten noch einen zehnten Mann, der nur transportiert. Ein Sandsteinregal neben dem Stuhl an der Kochstelle. Da muss Otto nicht immer Gemüse holen. Okay. Ja, interessant. Interessant. Ein Sandsteinregal. Achso, damit wir kein Holz verbrauchen. Und dort dann das Zeug rauflegen. Ja, ich lasse mich gerne inspirieren von solchen Regal. Von solchen Vorschlägen. Regal aus Sandstein. Ähm. Das ist hier offen, ne? Hm. Wo stellen wir das denn hin? Am besten hier wär das. Wir müssten bloß das Ding neu installieren. So, was hier los? Sonnenfinsternis. Oh. Einer der Mond des Planeten verdeckt die Sonne. Okay, das heißt, wir haben kein... Ich weiß nicht, ist das Wachstum? Das Wachstum ist vermutlich auch betroffen. Aber vor allem haben wir keine Solarenergie. Aber ich glaube, unsere Energiebilanz... Oh. Erstmals Minus. Wenn ich das richtig sehe. Das heißt, jetzt werden die Batterien angegriffen. Ist auch kein Problem. Warte mal, kann man das mal... Ist besser, wenn die sich einzeln entladen, ne? Aber... Ach komm, das ist Micro. Das machen wir nicht. Ähm... Ja. Da ist es eigentlich total blöd. Fällt mir grad auf. Obwohl, die Lampe übergeht man ja. Die hängt ja an der anderen Decke, ne? So. Machen wir das mal. Regal, Sandstein. Die kann man hier nochmal drehen. Habe ich schon wieder vergessen. Q und E. Ja, genau. So rum ist es, glaube ich, richtig. Da ist doch ein schöner Standbeut. Das gefällt mir. Prothesen... Oh Leute, wir forschen zu schnell. Ich komme gar nicht hinterher. Ähm... Wo baut man denn bitte Prothesen eigentlich? Warte mal. Baut man den hier? Bei der Mechanik-Werkbank? Tatsächlich. Beinprothese, Armprothese, künstliches Heer, Herz- und Cochlea-Implantat. Was ist das denn? Ein Hörgerät? Okay. Wow. Ich bin beeindruckt. Also unsere Forschung läuft, würde ich mal sagen. Ein Cyborg bauen, das wäre auch nicht schlecht. Der könnte dann immer alles hin und her schleppen. Es reicht ein einfacher Roboter. So, was machen wir als Forschung? Feuerunterdrückung, hätte ich gesagt. Das haben wir doch in 0, nix erforscht. So schnell wie das hier geht. Unsere Leute sind die absoluten Mega-Brains. Und wisst ihr was? Wir haben hier so viel Dünger. Der müsste eigentlich auch ausgebracht werden. Damit wir noch mehr Nahrung kriegen. Aber das ist ja wieder Bauen und so. Ach, das ist nervig. Ach, BecGyver holt das. Ach so, der holt sich das Holz selber zum Bauen. Der Ärmste. Ja, weil wir keinen Träger haben. Müssen die Handwerker selber das Zeug holen. Wir haben noch keine EMP-Granaten. Woraus baut man die denn? 20 Stahl, ein Bauteil. Na gut, bauen wir mal drei. Wenn ihr meint, das ist so wichtig, sollen da drei gebaut werden. Oder so, dass wir immer dreimal haben. Wie kann man da nur... Hä? Null oder fünf? Das ist ja doof. Na gut, daneben fünf. Und... Ja. Ich weiß gar nicht, haben die alle Helme? Ich muss überhaupt mal gucken, bevor ich hier was mache. Nee, Mütze. Der hat einen Helm. Prinzess hat nur eine Mütze. Liegen hier Helme rum? Haben wir hier nicht schon Helme produziert? Sieht nicht so aus, ne? Ich sehe keine Helme und im Regal sind sie auch nicht. So, jetzt ist Prinzess wieder am Forschen. Die Granaten bleiben, werden nicht verbraucht. Wie? Wenn man sie wirft, äh, werden sie doch sicher verbraucht, oder? Äh, Frank, der Hund ist trainiert auf Transport. Also, wir haben eigentlich schon einen, der transportiert. Der Hund ist... Der kann das schon. Was? Nichtwerfergranaten. Habe ich falsche Granaten hergestellt? Gibt noch andere? EMP-Granaten. Splitter. Ah, Handgranaten. Ah! Okay, alles klar. Das sind andere. Oh Gott, das soll man erst mal wissen. Die kosten sechs Bauteile. Das ist mega viel. Ich weiß gar nicht, wo kriegen wir Bauteile her, Leute? Wir haben... Wir haben nur... Wie viele Bauteile haben wir eigentlich? 29. Ich finde, Bauteile sind mega... Ich weiß nicht, wo ich noch Bauteile herkriegen soll. Na gut, stellen wir mal zwei her. Ich bin überredet. So, Launa schreibt. Bauteile Doppelpunkt. Mikroelektronik. Ja, Bauteile kann man abbauen in Felsen. Aber das haben wir schon irgendwie geguckt. Oder habe ich... Vergesse ich das jedes Mal? Es... Ich... Ich weiß nicht. Es gibt keine Bauteile, Leute. Oder? Haben wir irgendwo Bauteile im Felsen? Wo erkennt man die? Ich glaube, das gucken wir jedes Mal. Und ich vergesse es jedes Mal wieder. Komprimiert der Stahl. Bauteile kann man später produzieren. Sind gelblich. Rossbraun. Hier unten. Goldader. Das ist Gold, Leute. Habe ich auch noch nicht gewusst, dass wir Gold haben. Also, wenn ihr das seht, schreit. Rossbraun. Macht irgendwie jetzt nicht den Eindruck. Als hätten wir das. Sind zu gelb. Gelb ist Gold. Bei uns. Oben rechts, sagt jemand. Oben rechts. Hier ist Sandstein. Da ist Marmor. Da ist Stahl. Du musst eventuell Schächte graben. Die liegen nicht zwingend außen. Okay. Alles klar. Oder die Raumschiffteile abreißen. Ja, das habe ich ja schon gestartet. Die sind auch schon abgerissen. Na gut. Und wie. Das ist ja nochmal interessant für die Forschung. Das heißt, wie kann man die herstellen? Indem man Mikroelektronik macht. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Was macht? Das ist die große Frage. Na gut. Ist Zukunftsmusik. Müssen wir im Blick haben. Ich stelle zwei von den Dingern her. Ist in Ordnung soweit. Okay. Wow, Leute. Die Brauerei ist da. Bierwürze mischen. Aber wir haben natürlich noch nichts. Deswegen geht das nicht. Aber ich kann es ja schon mal. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Das müssen wir erstmal sehen. Wenn wir jetzt gleich die Fermentierfässer bauen. Ich beginne mal mit Zweien, würde ich mal sagen. Ich glaube, das ist okay. Oh Gott, dieses Glätten. Das dauert ja ewig. Das ist ja auch eine ätzende Arbeit. Leute. Eine ätzende Arbeit. So. Das ist hier schon abgebaut. Hervorragend. Das heißt, wir können jetzt unseren Boden machen. Was haben wir hier? Beton, glaube ich. Einfach nur. Stupide Beton. Und das ist auch abgebaut. Sehr gut. Dann werden wir jetzt als nächstes nochmal. Die Sandsteinwand hier reinfummeln. So, die Wand können wir ja gar nicht abbauen. Dann funktioniert das ja nicht. Aber immerhin diese Ecke noch reinbauen. Okay. Bauteile, Mikroelektronik und dann fortschrittliche Herstellung, wird gesagt. Wartet mal. Grundlagen der Mikroelektronik und dann fortschrittliche Herstellung finde ich erst einmal nicht. Müssen wir später nochmal gucken. Schutzrüstung, Rauchwandgürtel. In dem Felsen oben rechts waren Bauteile, sagt jemand. Oben rechts. Das wurde auch schon gesagt. Ein Feld. Dann. Ich bin irgendwie zu blind dafür. Sandstein. In welchem Felsen oben rechts? Ihr müsst genau sein. Rechts in der Ecke drin. Hier, dieses Zeug. Das ist es. Aha. Okay. Der rechteste Berg. Mittig oben rechts. Alles klar. Ist es das? Nein, das ist es nicht. Da, diese Ecke. Ah, komprimierte Bauteile. Ja, cool. Alles klar. Aber das ist nur eine Ecke, oder? Könnte mehr sein, möglicherweise. Ja gut. Das Problem ist, da kommen wir nicht so einfach hin. Wir müssten hier eine Tür durchbauen. Ist das ein Sicherheitsrisiko, hier eine Tür zu bauen? Wir können hier eine Marmortür durchbauen. Sonst ist das so ein elender Weg dahin. Aber gut, dass ihr das gefunden habt. Ihr seid aber auch Füchse. Wie, im Gefängnis sind auch noch welche. Im Gefängnis. Oh. Im Gefängnis. Ja, ist doch bestens. Ist ja großartig. Gott. Diese Details. Ich soll mich von meiner Seite durchgraben? Aber das Gefängnis ist natürlich viel besser. So. Okay. Ich sag mal. Oh, das läuft ja hier jetzt wie geschmiert. So. Wie viel passt da rein? Wird mir das irgendwie gesagt? Ich frage mich, wie viel wir jetzt. Arbeit zum D... Wie viel wir jetzt eigentlich brauchen? 100. Heißt das, da passen 100 rein? Na ja. Wie weit ist denn der Hopfen hier eigentlich bedienen? Ne, das sind die Rauchplatten. Hier ist Baumwolle. Wo haben wir das? Hopfen. 45. Das dauert noch. Okay, Leute. Dann ist, glaube ich, das nächste Großprojekt. Wir bauen Steinwände. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt erstmal wirklich um das reine Hauptgebäude kümmern. Dass wir Stück für Stück vorgehen. Und dann die Außenmauern nehmen. Dann diese Mauern und so weiter. Also erstmal die wichtigsten Sachen. Gibt es einen Trick? Das ist jetzt die nächste Frage. Gibt es einen Trick, wie man direkt hier befehlen kann, eine Mauer quasi umzuwandeln in eine Sandsteinmauer? Weil wenn ich das jetzt hier nehme, dann geht das nicht. Muss ich das etwa komplett abbauen und dann wieder neu bauen? Das wäre eine Ätzendangelegenheit. Ja, da gibt es eine Mod. Alles klar. Danke für den Hinweis. Okay. Also normal gibt das nicht. Das heißt, wir müssen tatsächlich die Mauern abreißen. Das ist ja ein mega Sicherheitsrisiko. Und schlecht für die Leute, die da pennen. Na toll. Na gut. Dann fangen wir einfach mal an. Dann müssen wir das echt Stück für Stück machen, Leute. Das ist jetzt eine doofe Arbeit, die wir jetzt vor uns haben. Warte mal. Abreißen. Befehle. Abreißen. Ist das allgemein der Abrissbefehl X? Fangen wir hier oben an. Ist ja ätzend. Eine zweite Wand draußen dran bauen. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann werden die Zimmer... Ei, wir kriegen Holz zurück. Unser Holzproblem ist gelöst. Aber die Idee mit der zweiten Wand finde ich nicht schlecht. Okay. Das machen wir ab hier. Wir machen das erstmal noch so. Aber das ist eine gute Idee. Also es geht nicht überall. Ah ne, zum Beispiel hier finde ich geht es nicht. Dann nehmen wir uns den Weg hier weg. Haben wir da überhaupt einen Weg? Schaut mal, wie brav der Hund das Holz trägt. So, Strukturen, Wand, Sandstein. Hier könnten wir das machen mit der zweiten Wand. Das würde schon gehen. Wobei, das sollten wir noch abreißen. Ja, kann man machen, glaube ich, ne? Okay, das wird jetzt ein Megaprojekt. Fangen wir erstmal mit der Wand an. Dann brauchen wir natürlich auch Sandstein. Ist schon mal perspektivisch. Können wir schon mal überlegen, wo wir eigentlich weitermachen. Das ist alles Marmor. Wartet mal. Sandstein müsste man aber eigentlich ohne Ende haben. Hier oben ist aber alles Marmor. Wo gehen wir denn hin, um Sandstein zu holen? Das ist Sandstein. Da haben wir noch ein bisschen Stahl. Ich glaube, wir können hier noch ein bisschen abbauen. An der Ecke. Ja. Machen wir da weiter. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Gut. Es ist wieder Nacht. Wie läuft das mit dem Essen? Otto kommt irgendwie nicht hinterher, habe ich das Gefühl. Was macht der denn? Der kocht jetzt wieder. Er soll ja eigentlich 40 immer am Start haben. Ach, verdammt. Jetzt liegen hier die Waffen. Das müssen wir natürlich jetzt erstmal noch ändern. Regal. Also Waffen sollen da nicht liegen, sondern da soll rohes Essen. Vegetarisch. Eigentlich ist alles egal. Rohes Essen soll da liegen. Okay. Ähm. Ja. Sandstein. Ist relativ weich. Wollen wir jetzt... Müssen wir jetzt auch noch... Ich meinte... Ja. Ja. Wollen wir jetzt echt noch die Mauerbeschaffenheit nochmal diskutieren und ändern. Ich meinte, was wir hier in der Umgebung viel haben, ist halt Sandstein und Marmor. Aber Marmor-Außenwände kommen mir irgendwie so ein bisschen komisch vor, wenn wir das machen. Achso, hier hatten wir auch Sandsteine. Alles klar. Okay. Fleisch gammelt schnell weg. Würde dann nur Gemüse rauflegen. Gut. Das ist ein Argument. Gebe ich zu. Guter Gedanke. Dann nehmen wir mal die tierischen Produkte weg. Okay. Wayne, mein. Launakopf. Was heißt denn eigentlich eine ganze Ader? Was meint eine ganze Ader? Ich will ja nicht, dass der ganze Berg da abgebaut wird. Genau. Marmor ist schöner, Sandstein schneller gebaut. Ah, okay. Ich denke auch. Jetzt geht es hier... Also, ja. Ich weiß nicht. Genau. Es geht auch um Feuerschutz und Sandstein ist feuersicher. Da bin ich mir ziemlich sicher. Insofern, wir bleiben mal bei den Sandsteinwänden. Dauert recht lange. Und das ist wirklich ein Argument jetzt, das Tempo auch. Ich würde sagen, also, die momentan, die Baudoktrin ist, außen Sandstein, innen Marmorwände. Damit die es ein bisschen hübscher haben. Und, ja. Und Fußboden. Holzfüßboden ist schon schön. Ist das eigentlich geschützt, wenn man jetzt außen Steinwände hat und innen Holzfüßboden? Ist dann das safe oder kann da was schief gehen? Die beiden Kühllager. Ja, das stimmt. Die könnte ich... Oh, ja, stimmt. Ich muss die Lagerzonen machen. Dann werde ich die mal löschen. Obwohl, dann kommt alles durcheinander, ne? Warte mal. Ja, ich lösche sie mal und werde diese Zone erweitern um diesen Bereich. Yeah. Okay. Gut. Und jetzt geht es noch weiter. Jetzt geht es noch weiter. Das reißen wir auch ab. Fantastisch. Gewinnen wir nochmal drei Felder hinzu. Großartig. Mauerbau priorisieren. Ja, ich meinte, die haben doch nichts anderes zu bauen jetzt im Moment. Außer diese Kleinkram. Im Moment schlafen sie. Ich glaube nicht, dass wir das priorisieren müssen. Prinzess ist immer noch im Arbeitsrausch. Die nächste Forschung ist gleich schon wieder am Start. Ich komme gar nicht hinterher mit dem Bauen von Zeug. Haben wir eigentlich diese komischen EMP-Granaten eigentlich gebaut? Sieht man das irgendwo? Müsste man ja irgendwo sehen, ne? Aber ich sehe noch nichts. Oder ich identifiziere sie nicht richtig. Ah, hier sind auch die Bauteile. Medizin raus aus dem Kühlhaus. Wieso? Wir müssten dann wieder mehr Regale hier bauen. Inspirierte Händler. Otto. Otto wurde gerade inspiriert. Beim Abschluss seines nächsten Handels wird er einen sehr guten Preis herausschlagen. Okay, alles klar. Ja. Hier passt aber nicht mehr hin. Wir müssen dann mehr... Die muss doch auch gekühlt werden, oder? Aber die... Feuerunterdrückung. Okay. Gut. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Rechts neben Mikroanalyse... Analyseator steht dort. Ich mache jetzt erstmal Grundlagen der Mikroelektronik. Ich will mich nur mal informieren. Wie ist das mit dem Feuerlöschgerät jetzt? Sicher. Ist das bei Sicherheit? Ne. Wo finden wir das jetzt? Bei Diverses? Oder wie muss man das bauen? Temperatur. Hygiene. Das wird erst nochmal später ein Thema. Möbel. Möbel. Strukturen ist es nicht. Produktion. Hm. Finde ich irgendwie gerade nicht. Rekayim kann das auch bauen. Ne. Es ist noch niemand gestorben. Welch ein Wunder. Also. Wir müssten dann hier neue Regale bauen. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Solange wir noch ein bisschen Platz haben, mache ich das nicht. So. MacGyver ist am Start. Na gut. Seine offene Wand, die ist in der Tat so ein bisschen relevant hier. Aber. Ach. Er kriegt das doch hin. Er kriegt das doch hin jetzt. Das geht fix. Okay. So. Ich schenke mir erst mal ein bisschen nach. Irgendwie habe ich mir gerade hier den linken Arm verhoben. Am Whisky Flasche heben. So. MacGyver ist hier schon durch. Was für ein Tempo liegt dieser Mann. An den Start. An den Tag. Tag. Genau. Das musst du noch abbauen. So. Das Innending da auch noch. Hervorragend. Und jetzt können wir schnell noch den Rest machen. Und dann haben wir schon mal die erste. Und jetzt können wir natürlich auch sehr coolerweise die Innenwand abreißen. Und das gibt uns richtig schön Holz. Das ist eine feine Sache. Sportverletzung. Genau. Oh. Was ist los, Leute? Oh. 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 Jetzt geht es schon wieder. Gut. Okay. Nahrung 2200. Es wächst und gedeiht alles. Sieht alles ganz gut aus im Moment. Würde ich mal sagen. Es wird auch schön geerntet. Also wir können hier unsere Projekte in Ruhe durchziehen. Jetzt baut erst mal die Mauer ab, bevor wir weitermachen. Holz kriegen wir jetzt auf diese Art und Weise auch wunderbar. Ich finde, das war eine perfekte Sache jetzt. Weil, das ist die perfekte Holzbeschaffungsmaßnahme eigentlich. Ach, ein Dach muss er da auch noch hinziehen. Okay. Wir müssten eigentlich, sehe ich gerade, hier auch noch einen Weg lang machen. Das könnten wir nochmal machen. Böden. So ein Betonweg. Und eigentlich, wenn wir schon da sind, müsste man hier auch noch einen Betonweg machen. Ach so, das wird ja sowieso jetzt hier überbaut. Ja, die Zone wird ein bisschen kleiner. Ist egal. Ah ja. Kühlraum erweitern. Sehr gut. Guter Hinweis. Guter Hinweis. Boden auch noch. Dabei schon. Und die Zone muss auch noch erweitert werden. Was für ein Kühlraum. Offene Kabel abreißen und wieder unter die Wände legen. Ach ja. Richtig. Die Böden müssen ja dann gemacht werden. Ja, das Holz wird gleich... Ja, Leute. Wie steht ihr denn jetzt zu dem Thema... Boah, schaut da. Ist auch inspiriert. Was ist hier los? Die Leute sind so gut drauf. Ist futsch. Wie steht ihr denn zu dem Thema Fußboden? Wollen wir aus Gemütlichkeitsgründen beim Holz bleiben? Oder wollen wir jetzt wechseln? Hier, was haben wir hier gemacht? Marmorfliesen. Ja, die Kabel werden noch verlegt. Ja. Machen wir. Machen wir neu. Angefragte Karawane. Was ist... Ach so. Ah, nee. Karawane. Wir wollen nicht weg. Stromkabel. Müssen wir jetzt erstmal neu legen. Hier runter. Und dann reißen wir es erst ab. Wäre, glaube ich, blöd, es vorher abzureißen. Marmor nur im Bart. Metallfliese. Oh, das wird ja immer hässlicher, Leute. Ich finde ein bisschen Ästhetik. Ja, ich weiß auch nicht. Klima würde wechseln. Habt ihr nun rausbekommen, oder könnt ihr mir sagen, wie das jetzt mit diesen Feuerlöschanlagen ist? Ich habe das jetzt eben nicht gefunden. Was war denn das jetzt? Wir haben das erforscht. Und... Und... Es passiert hier aber nichts. Wo war denn das jetzt? Immer Feuerunterdrückung. Baue Sprinkler, die bei Aktivierung Brände unterdrücken können. Hm. Ja, ja. Marmor gibt einen Stimmungsboost. Das ist so, ja. Die Gänge Stein. Dann breitet sich das Feuer nicht aus. Ja, das ist ein ganz guter Kompromiss. Also in den Arbeitsräumen und in den Gängen kann man Stein machen, ja. Hm. Das ist eine ganz gute Idee. Schiefer weiß ich gar nicht, wo wir das herbekommen. Wir hatten gerade ein Random Event. Und wir hatten auch eine Sonnenfinsternis. Oder haben wir die immer noch? Ne, die ist schon weg, ne? Okay. Dann werde ich jetzt hier bei den Böden... Ähm... Werde ich hier wieder einen Holzboden machen. Und hier auch. Aber hier steigen wir dann tendenziell um auf... Ja, auf... Marmorfliese oder was. Warum gibt es keine Marmor... Hä? Was hatten wir hier? Marmorfliese. Ach so, warte mal. Da musste man ja irgendwie auf die Fliese klicken. Marmor haben wir halt in der Hinsicht am meisten. Bauen wir hier jetzt schon mal Marmorfliesen rein. So quasi für die Zukunft. Das ist ein zukünftiger Umbau. Sprinkler benötigt Wasser. Also Brunnen, Pumpe, Rohre. Okay. Das ist also bei Hygiene irgendwo. Ich will erst mal sehen, wie dieser Sprinkler da ist. Das ganze Wasserthema gehen wir heute auf jeden Fall an. Aber ich finde den Sprinkler nicht. Da, hier. Ah, Sprinkler, Bewässerung. Alles klar. Und brauche ein Bauteil. Ach nee, Sprinkler, Feuer. Ausgelöst durch Feuer oder von Hand löscht Flammen mit einem Strahl von Wasser. Die Frage ist, was für eine... Ah, oh geil. Oh geil, das ist ja cool. Ich bin begeistert. Aber vermutlich geht er nicht durch Wände, ne? Wenn wir den in den Flur bauen, wird er sicher nicht die umliegenden Zimmer mit löschen. Okay, also Wasserversorgung ist ein großes Thema, Leute. Das wird auf definitiv noch angegangen. Jaja, in der Küche machen wir das Holz auch weg. Ist schon klar. Aber alles Schritt für Schritt, Leute. Alles Schritt für Schritt. Otto kommt aber... Er kommt nicht so super hinterher. Also er soll schon hier 40 Mahlzeiten haben, ne? Muss noch ein bisschen Tempo zulegen. 26 hat er jetzt. Und was ist mit den Bauarbeitern? MacGyver. Achso, der baut erstmal den Betonweg. Ja, gut. Das ist natürlich meine Verantwortung. Und er geht erstmal essen. Das war jetzt nicht so Priorität. Ich gebe es zu. Das war ein bisschen doof. Wie viel Stahl haben wir jetzt ordentlich? Holz haben wir auch. Was macht hier oben unsere Plantage? Das sieht auch ganz gut aus, die Pappel. Joa. Löppt. Fertige Gerichte abwerfen. Lass Otto fertige Gerichte abwerfen. Verstehe ich gerade nicht, was du meinst. Er macht doch fertige Gerichte. Oder abwerfen. Achso, dass er die nicht da hinschleppt. Ah, okay. Wie macht man das denn bitte? Kann man das bei ihm einstellen? Nee, komm. Das ist irgendwie assig. Schmeißt er die Gerichte da am Fußboden oder so? Das geht ja irgendwie gar nicht. So, die Holzfüßboden werden jetzt auch gebaut. Sehr gut. Hervorragend. Wunderbar. Der Steinfußboden ist gebaut. Jetzt muss nur noch... Halt, warte mal. Das... Ah, das ist auch gebaut. Das heißt, wir müssen jetzt... Ähm... Jetzt müssen wir bloß aufpassen, was wir abreißen. Ich mach das jetzt mal per Hand. Weil ich weiß nicht, wie das funktioniert. Dass er weiß, dass wir die Stromkabel abreißen und nicht den Fußboden. Bin mir nicht sicher, ob er so klug ist. Deswegen mach ich das jetzt mal einzeln. Wahrscheinlich geht's noch irgendwie besser, aber... Das ist okay, denke ich. So. Gut. Kriegen wir auch noch Teile zurück? Nee, leider nicht. Das wird einfach nur... Hä? Hat er den Strom da nicht schon gebaut? Oder steht das jetzt zu weit weg? Verdammt! Was hab ich getan? Äh? Äh? Warum haben die keinen Strom? Die sind doch angeschlossen. Ah, okay. Das war nur kurzfristig. Alles gut. Alles gut. Die müssten sich neu... Neu justieren. Ich verstehe. Gut. Das wird hier immer mehr zur Engstelle, aber... Ich würde sagen, der nächste Schritt erfolgt mit den Wänden. Wir kommen voran. Aber nur langsam. Ich gebe es zu. Kommen wir mit dem Sandstein hinterher? Ja. Das sieht gut aus. Ähm... Hier könnten wir dann eigentlich schon... ...die neue Kühlerweiterung machen. Ja, komm. Ah. Wie groß wollen wir jetzt denken? Das Problem ist, die müssen dann immer unten rumlaufen. Das ist auch doof. Aber ist halt so. Jetzt ist die Frage, wollen wir das wieder mit so einer Kühl... ...mit so einer Kühlsperre machen? Ist das eigentlich sinnvoll, wie wir das da gebaut haben? Oder ist das Unsinn? Die Wege überbaue ich auch. Das ist... Das ist halt so. Kühlsperren sind sinnvoll. Gut. Dann werden wir das wieder so machen mit der Kühlsperre. Ähm... Jetzt ist nur die Frage... Also hier sind die Felder. Das heißt, die sollte von der Seite irgendwie reingehen in die Kühlung. So müsste man es machen. Der Chat ist sich mal wieder uneindeutig und unentschieden. Äh... Nö, die Bewohner umziehen habe ich jetzt... Wir haben nicht so viel Platz. Da müsste man... Na gut, wir hätten hier noch ein Zimmer. Aber... Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Das ist die... Das ist die Variante, wenn der Teil voll ist. Okay? Alfarius, ganz gute Idee. Also wer pennt hier nochmal? Ähm... Prinzess. Prinzess kann hier hin umziehen oder da hin. Aber das machen wir, wenn... Wenn das, was hier neu gebaut ist, folgt. Okay. Gut. Okay. Soweit dazu. Dann werden wir jetzt mal folgendes machen. Wir werden dann schon mal diese Lagerzone hier einmal erweitern. Und dort oben den Teil verkleinern. Das muss dann umdisponiert werden, weil wir dann wieder hier einen schönen Wegland machen. Den wir eigentlich auch noch bis hier so ranziehen müssten. Also wenn, dann sind wir jetzt hier perfektionistisch. Wenn, dann machen wir das jetzt richtig. Böden. Beton. Ziehen wir den erst mal. Aber eigentlich braucht er nur bis dort, ne? Ach Quatsch, was... Was mache ich hier? Die Zone muss ja gar nicht verkleinert werden. Das ist ja Unsinn. Das ist Unsinn. Hier geht ja keiner mehr lang. Gott, wie fleißig hier gebaut wird. Es ist ergreifend. Wunderbar. Es geht Hand in Hand. Die Frage ist, ob unsere Kühlung reicht. Diese beiden. Ich meine, wir haben zwei Kühlungen. Ob die reichen für diesen größeren Raum? Das wird sie auch nochmal zeigen. Licht ist da. Soweit so gut. Und es regnet. Das ist ja mal eine schöne... Schöne Sache. Okay. Dann können wir schon mal Befehle abbauen. Achso, wir brauchen da auch eine neue Tür. Sehe ich gerade. Ja, und das ist ja im Prinzip auch schon fertig. Aber wir lassen uns mal lieber erstmal den Boden machen. Nehmen wir auch Betonboden. Okay. Gut. Prima. So. Otto ist am Kochen. Wir sind bei 25. Ja. Wenn er nachts kocht. Mal gucken, ob er jetzt mal auf 30 oder vielleicht sogar auf 40 kommt. Aber er ist ja... Er ist ja echt fleißig nachts. Das mit der zerrissenen Kleidung. An das müssen wir auch mal ran. T-Shirt. Eigentlich müssten wir T-Shirts herstellen. Ich lasse mal zwei Shirts nähen. Gut. Alles schläft. Nur einer wacht. Das ist Otto. Wie er Essen macht. Eine Vorratskapsel. Wo? Wie? Was? Wie? Was haben wir? Schokolade! Wah! Großartig. Eine Vorratskapsel mit Schokolade. Was für ein Glück. Das macht gute Laune. Metall-Schrott ist auch noch dabei. Aber ich glaube, das können wir noch nicht verwenden, oder? Wo ist denn die Schokolade? Oh, die ist ganz weit weg. Die Säule. Oh, die Säule. Oh, die Säule. Ja. Man könnte von unten auch noch eine Tür in die Schleuse bauen. Ach so, ja. Von hier. Ja, könnte man auch noch machen. Stimmt. Ich meinte, spart Minimalzeit. Aber, ja. Wir haben im Moment, obwohl so viel Holz haben wir auch nicht, ne? Egal. Es ist ganz pfiffig. Es ist ganz pfiffig gemacht. Gut. Ja, eine Karawane angefragt. Das heißt ja nur, dass wir eine Karawane schicken wollen, oder? Ich will jetzt keine Karawane senden. Das ist irgendwie noch so ein Thema, das... Weiß ich nicht, ob wir das schon haben. Da müssen wir ja Leute wegschicken, ne? Das bringt mich ganz aus dem Konzept. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir schon so weit sind. So, nee, ein Hemd ist beendet. Ah, sehr schön. Zwei Hemden. Warte mal. Aber ich glaube, ich muss die immer aktiv darum bitten. Ach, er hat auch ein kaputtes Hemd. 49 Prozent. Was ist jetzt los? Hitzewelle. Oh, 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 oh. Hitzewellen können Hitzschläger hervorrufen, die schnell zum Tode führen. Kühl dich ab, indem du eine Klimaanlage baust oder dich tief in einen Berg gräbst. Okay, Leute. Was ist jetzt angesagt? Ist das ernst zu nehmen? Ist das ernst zu nehmen? Sollen die Leute nicht rausgehen? Hm. Im Moment haben wir innen 17 Grad. Ach so, Doppelklick auf Schokolade markiert er alle. Nee, das weiß ich nicht so richtig. Ist unser Bierkeller kalt genug? Ja. Ja, das Problem ist, gehen die Leute dann alleine hin? Der Bierkeller ist 23 Grad. Das ist nicht wirklich kalt. Okay, die gehen allein ins Kühlhaus. Na, das ist doch gut. Alles klar. Die Heizungen gehen ja sowieso nicht an, wenn es warm ist. Da brauch ich sie nicht ausmachen. Die heizen ja nur, wenn es auch kalt ist. So wie das vernünftige Heizung macht. Das Kühlhaus kühlt nicht unter Null und dein Bier wird zu heiß. Zwei Kühlungen werden nicht reichen, sagt ihr. Zieltemperatur minus 10 Grad. Wir haben ja noch gar kein Bier. Das bleibt mal cool. Wir sind bei minus 5 und 35 draußen. Genau, die Heizung versucht, die Temperatur zu erreichen, die ich eingestellt habe. Zieltemperatur 17 Grad. Hier. Und hier haben wir eingestellt 20. Und wenn es heißer ist, heizt die nicht. So, okay. Beton. Ah, Betonboden ist hier fast fertig. Sehr gut. Dann machen wir das nochmal zu Ende. Großhändler. Oh, warte, warte. Jetzt wird es interessant. Vor allem, weil Otto hat doch gerade hier so einen totalen Handelsding am Start. Lass mich kurz nochmal dieses Abbrechen, äh, abreißen. Das haben wir ansonsten fertig, ne? So, was ist jetzt hier los mit dem Großhändler? Sehr schön. Sie sind schon da. Okay, wir lassen sie mal kommen. Wo ist Otto? Otto schläft jetzt. Wie spät ist es? 12 Uhr. Ja, die bleiben ja länger, ne? Ich glaube, Otto kann erstmal ausschlafen. Leute, kümmert euch noch nicht ums Bier. Wir haben noch kein Hopfen. Er ist erst bei 54, ne, bei 74 Prozent. Äh, hau die ab. Die gehen doch jetzt nicht, oder? Gehen die wieder weg? Muss ich Otto wecken? Ne, ne, die bleiben hier. Alles klar. Ah, unter dem Reiter Beschränkung kann ich eine Kleiderrichtlinie. Warte mal. Zuweisung wahrscheinlich. Okay. Ach so. Und da muss ich... Ah, warte mal. Ich sehe das gerade. Outfits verwalten. Outfit auswählen. Alles. Und wir erlauben nur... Ab 50 Prozent Trefferpunkte. Oder? Und dann nimmt er das selber? Ist das so? Was macht er, wenn das unter 50 ist? Legt er das dann ab? Geht der... Läuft er dann nackig rum? Hm. Ich weiß es nicht genau. Versuchen wir es mal. Dann wechselt er die Kleidung. Gesundheitzustand müsste ich... Über Hitzeschläge müsste ich doch eigentlich informiert werden, oder? So, Otto. Wach mal auf hier. Wach mal auf. Wir wollen, dass du handelst. Wisst ihr was? Was wir total vergessen haben... Schaut da... Musst doch mal wieder... Äh... Hier Skulpturen herstellen. Oh, verdammt. Der soll mal wieder drei... Oh, das ist ärgerlich. Wir hätten jetzt so schön verkaufen können. Oh, Mann, 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 Mann. Das ist doch sein Hauptjob. Total vergessen. Warte, die verlassen das. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Otto. Kannst du noch handeln? Wegen der Hitze. Ich glaube, das wird nichts mehr. Wir haben es verpeilt. Sie sind weg. Hahaha. Hahaha. Unter 50... Äh, unter 50 schmeißt er das dann weg. Die Granaten werden doch auch gebaut, oder? Ja, das Problem ist, Schauter... Schauter hat sonst nichts zu tun. Die anderen haben halt viel zu tun. Und wir haben uns jetzt für die Priorität... Ähm... Man kann nicht die Granaten gegen die... Die Bildhauerei irgendwie aufwiegen. Das ist was völlig anderes. Kunst ist Kunst. Und Schauter kann eben nur Kunst und keine Granaten. Das ist eine unseriöse Argumentation. So, jetzt haben wir hier schon wieder die Leitung. Oh Gott, dieser Umbau ist echt anstrengend. Was war das? Was war das? Benötigt einen stabilen Boden? Was willst du mir sagen? Hä? Wasserfest? Wasserfest? Stromkabel? Ach so, ich habe das falsch angeklickt. Alles klar. Verstehe. Okay, jetzt hat er dieses olle Zeug dahin gelegt. Gut. Das heißt, man muss jetzt immer auf Vorrat produzieren bei dieser Einstellung. Wir müssen also... Boah, das ist natürlich... Puh, okay. Dann werden wir jetzt immer zwei... Zwei Hemden. Sind Hemden-T-Shirts? Von mir aus auch ein Hemd. Was brauchen wir denn noch? T-Shirt, Hose... Mütze haben sie doch eigentlich einen Helm, oder? Hm. Okay. Machen wir es mal so. Ich hatte gar keine T-Shirts, sondern Hemden. Hat er jetzt... Hat Otto jetzt ein Hemd an? Besucher sind in Rimwalden angekommen. Sie haben Angst, aus folgenden Gründen in ein Gebiet einzuhasen. Temperatur. Ach so, dann kühlen die sich. Na, kommt. Sollen sie kommen. Die bringen ja ihr eigenes Essen mit, oder? Wir können auch mit ihnen handeln. Ja, okay. Alles klar. Es sind nur drei Leute, die werden noch in die Kühlkammer passen. So. Sehr schön. Es geht hier noch weiter mit der Kammer. Boden. Beton. Sind wir immer noch nicht durch mit der Sache. Und... Dann können wir aber schon mal die Zone erweitern. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit der Temperatur läuft. 19 Grad? Wie, was? Wie 19 Grad? Hä? Shit. Ich gehe mal weiter runter. Aufgabe Banditenlager. Das werden wir jetzt bestimmt nicht machen. Wir müssen hier aufs Maximum gehen. Aber ich glaube, das hilft nichts, ne? Wenn man runterstellt. Er kommt dann einfach nicht zurecht. Wir brauchen ein weiteres... Eine weitere Kühlung hier. Das scheint mir klar zu sein. So. Wo ist das nochmal gewesen? Temperatur. Kühlung. Ja. So. Ja, meine Kühlkammer liegt bei 17 Grad. Vier Kühler, sagt ihm. Na gut, dann brauchen wir noch einen Kühler. Dann bauen wir noch einen Kühler. Und ich würde sogar mal sagen, das Ganze hat jetzt auch Priorität. Na gut, wenn sie geschlafen haben. 41 Grad. Drinnen. Oh Gott. Drinnen ist es heißer als draußen. 44 Grad. Oh mein Gott. Ich kann für Gästebetten Geld verlangen. Das ist neu. Okay. Wie macht man das denn? Ah, hier. Aber die kriegen einen Stimmungsabzug. Ja. Und der? Mit dem können wir handeln. Otto ist wach. Wir gucken mal, was der am Start hat. Ja, ich glaube, bei der Hitzewelle hat jetzt die Außenwand nicht die höchste Priorität, sondern die Kühlung, würde ich mal sagen. So, was haben wir denn hier? Kriegsschleier. Ein Kriegsschleier aus verstärktem Tumor angerissen, um Trägers Aussehen eines Schlachtveteranen zu geben. Einige glauben daran, dass es ein Talisman des Mutes ist. Die Schmerzgrenze erhöht sich, aber nee, das ist Quatsch. So, was haben wir denn hier? Ein altes T-Shirt. 45 Prozent, das können wir verkaufen. Parker 49 Prozent. Das haben wir alles abgelegt, ne? Das sind alles die eulen Dinger. Sehr gut. Joa, von den Waffen. Hm, Kräutermedizin. So, was hat er denn hier am Start? Pemmikan, Kräutermedizin, Stahlmesser, Kriegsschleier. Ist nicht so dolle. Stromkabel zu den Kühlern. Guter Hinweis. Na gut. Mal gucken. Kriegsschleier für Prinzess. Ja, genau. Prinzess, die nicht kämpft. Warum legt ein Otto das jetzt da unten hin? Ist doch Quatsch, Otto. Legt das doch da oben hin. Ist doch genug Platz. Du willst mir nicht echt erzählen, dass du das da unten stapelst. Das verdirbt alles. Aber wir kommen jetzt auf 10. Ah. Es geht runter. 8, 9. Wenn draußen 37 ist, geht's runter. Kann sein, dass uns das Essen verdirbt. Aber wir haben 2400. Das geht. So, haben wir eigentlich beim Strom... Ist das andere da schon gebaut worden? Ja, das ist, glaube ich, schon gebaut worden, ne? Das heißt, wir können die Stromkabel abreißen. Und jetzt ist wieder die Frage, was reißen wir eigentlich ab? Überfall. Nein! Hitzewelle und Überfall. Oh, verdammt. Ei, verdammt. Ah. Okay. Gut. Da sind drei Leute mit Keulen. Einer mit einem... Was auch immer. Repetiergewehr. Und noch ein Repetiergewehr. Gut. Es ist... 5 Uhr früh. Ich würde mal sagen... Wir lassen... Wir lassen nochmal unsere Leute ausschlafen. Man muss auch ein bisschen cool sein in solchen Situationen. Die, die da sind, werden schon mal in Position gebracht. Gott sei Dank haben wir unsere Mini-Geschütze und so weiter am Start. Okay. Jetzt ist die Frage... MacGyver. So. Kampfmodus. MacGyver hat das Sturmgewehr. MacGyver geht... Hier hin. So. Wer hat jetzt eigentlich alles Waffen? Ich weiß das gar nicht mehr. Also. Wer ist hier einsatzfähig? Richard. Hat nix. Der... Ist super schlecht im Fernkampf. Das macht auch keinen Sinn. Princess will nicht. Snowden pennt noch. Snowden ist eigentlich unser wichtigster Mann. Allerdings mit dem Repetiergewehr. Hm, 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 hm. Ja. Snowden schläft noch ein bisschen. Recariem. Hat nix. Kann nix. Schauter hat im Notfall ein Revolver. Schauter wird für den Notfall erstmal hier positioniert. Carlotta ist die Messeroma. Die hält sich auch bereit. Aber sie schläft noch. Paula hat eine Schrotflinte. Das ist ganz gut. Paula ist wach. Paula geht in den Kampfmodus. Geht hier hin. Und Otto? Otto hat eine leichte Maschinenpistole. So. Snowden schläft noch ein bisschen aus. Und geht mit seinem Repetiergewehr. Ja, wo geht er hin eigentlich? Hm. Ich weiß gar nicht, ob er von hier schießen kann, Mr. Otto. Bin mir gar nicht so sicher. Wie wir es am besten machen. Vielleicht geht... Geht auch hier hin und kann dann hier an die Ecke gehen oder so. Müssen wir mal gucken. So. Wo ist unsere Messeroma? Achso, die schläft immer noch. Die ist irgendwie schlecht drauf. Was ist los mit ihr? Bedürfnis. Hungrig, dreckig, leichte Schmerzen in der Hitze. Achso, ja, die Hitze ist ein Problem. Paula in die Tür stellen. Okay. Müssen wir Snowden dann auch in die Tür stellen. Wer kann dem anderen über die Schulter schießen, muss nur direkt hintereinander stellen, damit die sich nicht gegenseitig über den Haufen schießen. Okay. Hm, okay. Ich meine, wir können ihn auch hier hinstellen. Müssen wir erst mal gucken, wie sie kommen. So, sie starten ihren Angriff. Sie kommen. Ich bin gespannt, ob sie wieder erst mal von Ferne unsere Anlage da kaputt schießen. Also, die wird vielleicht hier in die Falle laufen. Wo der hin will, weiß ich nicht. Nicht, dass er hier noch woanders reinkommen will. Boah, die Schrotflinte, die kommt jetzt. Jawohl. Okay, Nummer eins ist tot. Wo sind denn die anderen hin? Das waren doch so viele. Das sind, die sind irgendwie, okay. So. Hm, 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 hm. Dann würde ich mal sagen, du gehst hier unten mal hin. Schaut da. Weiß ich nicht. Ich glaube, Paula schicken wir jetzt hier runter. Ja, schöner Treffer. Ah, die Falle. MacGyver trifft dort nicht. Der geht halt. Nein, nein, nein. Nicht einsperren. Hallo. Gehe da hin. Ist das hintereinander gestellt? Oder sollte ich lieber hier entstellen? Oh, oh. Paula, geh mal um die Ecke lieber. So. Die hauen ab. Ich würde mal sagen, solide Verteidigung, oder? Das war alles in Ordnung. Dann können wir die Sache abblasen. Uns greift man hier nicht so einfach an, meine Lieben. So, jetzt muss natürlich einer die Toten wieder verbrennen. Die Waffen können wir auf jeden Fall mal erlauben. Die werden wir dann beim nächsten Händler schön verkaufen. Schlechte Repetiergewehre. Wunderbar. Messer Omas wach. Ja, aber wir jagen die jetzt nicht. Nee, sollen sie mal abhauen. Sollen sie mal weitererzählen, was hier für eine geil verteidigte Kolonie ist. Hier sollte man sich nicht hinwagen. Oh, Paula steht hier noch rum. Hervorragend. Ich bin stolz. Und vor allem, was gut ist, unsere Mini-Geschütze sind nicht beschädigt worden. Das ist ja auch eine wichtige Angelegenheit. So, Schauter macht schöne... Oh, wisst ihr was? Wir müssen mal wieder Marmor abbauen. Wichtig. Haben wir hier Marmor? Ja. Dann lasst uns das mal tun. Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist Kalkstein. Nein. Nee, wir machen das anders. Wir bauen das so ab und lassen mal hier wieder was stehen. Bauen wir mal hier die ganze Reihe ab. Schauter erst abbauen, dann Kunstwerk erschaffen. So. Eigentlich, ich hoffe, wir müssen mal Carlotta bitte das erledigen lassen. Die ist nämlich Psychopathin. Der macht das nichts. Die muss das jetzt mal prioritär machen. Die Leichen da wegschaffen. Okay. Okay. Das heißt, wir können uns erst mal um unsere Angelegenheiten wieder kümmern. Wie sieht es aus mit der Hitzewelle? 48 Grad? Verdammt. Hier drinnen sind es äh? Im Freien? Warte mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach, wisst ihr was? Wir haben hier Löcher in der Wand. Oh nein! MacGyver. Bau verdammt nochmal schnell diese Arbeit. Äh, diese Sache. Wir sind, wir sind nicht geschlossen. Unsere ganze Nahrung verrottet. Wie, was war, wo? Kann das sein, dass das eine richtige Kalksteinwand war und nicht Feld? Feld? Weiß jetzt nicht genau, was du meinst mit Feld. Genau. Gleichen Klamotten wollen wir nicht haben. Wo ist ein, wo ist ein Kalotter jetzt? Ah ja, die trägt die da hin. Alles klar. Ist in der Hitze natürlich besonders tolle Arbeit. So, MacGyver. Das muss aber, das hat jetzt mega Priorität. Mach das bloß schnell fertig. Okay. Jetzt fehlt natürlich der Strom. Aber zumindest ist das wieder ein Innenraum. Äh, und jetzt ist es kein Innenraum mehr. Oh Mann, 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 Mann. Gott. Noch diese verdammten Bauteile. Okay. Gut. Alles klar. Jetzt wird hoffentlich ordentlich gekühlt. Reis ist verrottet. Sehr schön. Welcher Reis? Ah, gut. Da kommen wir nicht zur Ernte. Ähm, wie ist das hier eingestellt? Zieltemperatur. Müssen wir wieder auf Minus stellen. Innen 30, 28, 27, 18, äh, 21, 17, 16, 15, 14. Okay. Es geht erstmal langsam so wieder in Kühlschranktemperatur. Otto hat Hunger. Ja, dann kocht doch was, Otto. So, wir sind bei 8 Grad, 7 Grad. Na gut, das geht jetzt erstmal. 4 Grad, ja, jetzt läuft's. Okay, das können wir erstmal beruhigt so weitermachen. Wir setzen jetzt hier die Böden, Mammorfliesen, und reißen hier noch die Dinger ab. Gut. Schauter isst erstmal Schokolade. Auch nicht schlecht. Oder bringt, er bringt Schokolade zu den Gästen. Ne, er isst, er isst vor den Gästen die Schokolade auf. Er so so, na, 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 ich hab Schokolade. Kühler Intervall mäßig einstellen. Einer minus 8, einer minus 6 und so weiter. Okay. Das ist ja interessant. Warum auch immer. Prinzip hab ich nicht verstanden, aber wenn ihr das sagt, mach ich das. Habe ich jetzt 2 auf minus 6 und 2 auf minus 8? Achso, das Hufeisen-Spiel. Ja, stimmt. Das, das ist jetzt nicht mehr so gut. Ähm, das bauen wir jetzt mal hier hin. Sehr schön. Okay, Hopfen ist bei 81%. Also, Bier wird hoffentlich nach der Hitze, weil er ist was. Ja, und das mit dem Reis. Achso, hier unten in der Ecke, das ist, dass der verrottet, das hat nur damit was zu tun, dass das sozusagen außerhalb der, der, der eigentlichen Zone dort ist. So, sehr schön. Okay, gut. Mal gucken, ob wir die Hitzewelle weiter so gut überstehen, wie jetzt. Wenn irgendwas wäre, müssten wir eigentlich sehen. Wen gibt's am schlechtesten? Ähm, ne, hier Bedürfnis. Leichte Schmerzen, Hitze, verlegen. Jemand kam auf mich zu, während ich die Toilette benutzte. Okay. Wir müssen die anderen Leichen noch wegtragen. Das müssen wir manuell nochmal machen. So, Otto ist wieder am Kochen und, was macht denn Otto da? Ach, der bringt das zu den Gästen. Ne, er ist dort. Warum ist der denn dort und nicht dort? Ich verstehe das nicht. Er will nicht in seiner eigenen Küche essen, das ist vermutlich der Grund. Ah, okay, ich verstehe. Damit nicht alle vier Anlagen auf einmal laufen. Ah, okay, das heißt, man sollte sie dann auch alle komplett auf andere Temperaturen stellen. Interessant. Dann stellen wir die mal auf vier und die auf zwei oder so. Sehr gut. Was macht eigentlich unser Strom? Das sieht gut aus. Sehr, sehr schön. Oh, wir haben mega Überschüsse. Wow, die Leute sind begeistert von unserer Gastfreundschaft. Sie werden in ein paar Tagen wiederkommen. Achso, na, toll. Naja, gut. Vielleicht sollten wir doch mal mal Geld verlangen. Ich finde, wir machen das jetzt mal. Zehn Silber pro Aufenthalt. Die Leute sind so begeistert. Das spricht sich hier noch rum. Kommen hier noch irgendwelche Leute, nur weil es hier so geil ist. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Tische fungieren als Sammelplatz. Bürgermeisterbüro? Was ist denn das? Ein Bürgermeister? Das kenne ich ja gar nicht. Verabredung, was ist hier los? Richard hat eine Verabredung mit Paula für den 15. Jugust um 20 Uhr. Verabredungen können aus verschiedenen Gründen abgesagt werden, vor allem wenn sie durch Verletzungen und durch dringende Kolonialgeschäfte unfähig sind. Wenn die Verabredung abgesagt wird, sind beide Kolonisten unzufrieden. Kolonisten können auch Termine verpassen, wenn sie durchschlafen. Dies wird den anderen Kolonisten aufregen, aber keinen negativen Gedanken hinterlassen. Okay, hey, die haben ein Date, Leute. Richard und Paula? Warte mal, Paula? Hä? Paula ist doch sowieso... Paula ist die Frau von Richard. Wieso haben die eine Verabredung? Die sehen sich jeden Abend im Ehebett. Was soll denn der Quatsch? Ja, ja, die Sache mit dem Logos, das kommt ja noch. Ich weiß noch nicht, ich bin noch nicht so sicher, ob wir das tatsächlich heute schaffen, aber eigentlich ist es der große Plan, dass wir das Thema Sanitäranlagen heute noch angehen. Wir haben, aber Priorität haben natürlich jetzt die Außenmauern. wir sind ja auch fast... Oh Gott, nee, wir haben noch echt viel zu tun mit den Außenmauern. Hm. Aber ist halt so. Der Hochzeitstag. Ja, genau, das könnte sein. Die tun so, als wäre es gestern. So, Schauter stellt erstmal wieder ordentlich mit drei Statuen her, das ist sehr gut. Okay, 3500 Nahrung, das sieht auch gut aus. Hopfen ist bei 88%. Ich würde sagen, im Moment läuft alles. Wir haben hier Temperaturen von 0 Grad und minus 1 Grad. Das funktioniert auch. Also Hitzewelle scheinen wir klar zu kommen. Carlotta muss nochmal ein bisschen Leichen schleppen. Was ist denn das eigentlich nochmal für eine Lagerzone, die wir hier haben? Die ist irgendwie komisch. Aber stört auch keinen erstmal. So, Klamotten werden auch gebaut. Princes ist am forschen. Ja, läuft. Läuft. Bloß das hier. Was macht ein McGuiver hier eigentlich die ganze Zeit? Äh, ein McGuiver trägt auch Leichen, das soll er gar nicht. Und außerdem sollen die Leichen doch verbrannt werden. Warte mal. Aufgabe, verbrenne Leichen für immer. Das müsste doch jemand machen, oder? Nee, nicht jede Arbeit, das macht nur Carlotta. Aber ich verstehe nicht, warum wird das nicht getan? Nächste Besuchergruppe. Fraktion ERA, okay. Gut, jetzt werden wir ein bisschen Geld verdienen, würde ich mal sagen. Und sie haben auch was zum Handeln dabei. Und wir haben kein Marmor mehr, obwohl ich den Abbau eigentlich hier... Marmorbrocken sind am Start. Achso, der Grund ist... Ich weiß gar nicht, was der Grund ist. So, jetzt geht's los. Nervenzusammenbruch. Was ist hier los? MacGyver hat Probleme. Sehr heiß. Unansehnliche Umgebung. Leiche gesehen. Ja, du solltest auch nicht die Leiche tragen. Ach, Mensch. Klar, jetzt kriegst du Panik. Jetzt isst du erstmal neben dem Leichenfeuer. Auch gut. Nicht, dass MacGyver uns hier abdreht. Das wäre fatal. im Haus ist es ziemlich warm, 39 Grad. Hm. So, warte mal. Wo ist denn jetzt hier die Besuchergruppe? Otto, kannst du mal handeln? Otto isst wieder Schokolade. Wo ist denn hier der Chef? Schauter ist untätig. Ach, da ist der Chef. Otto. Schauter ist untätig. Das ist aber nicht gut. Du hast den ganzen Marmor verbaut. Dann müssen wir nochmal ran hier. Oder du musst ran. Du baust... Oh, alles klar, wartet. Was haben die am Start? Überlebensrationen. Bauteile. Sie haben Bauteile. Ich würde sagen, wir kaufen Bauteile, oder? Fünf Bauteile. Wir können diese Schrotflinten. Hm. Ah ja, hier. 411. Eine meisterliche Skulptur. Das ist so geil. Ha, ha, ha. Oh, Schauter ist echt gut. Warum? Aber hat er nicht mehr hergestellt? Ah, ist großartig. So. Ach so, so viel Geld hat er nicht. Okay. Wartet mal. Dann müssen wir noch mehr kaufen. Medizin. Medizin ist doch auch gut. 190. 90. Äh. Was ist denn Luciferium? Ein Gebräu aus fortschrittlichen Mechaniten, die den Körper in jeder Hinsicht stark verbessern. Mit der Zeit kann es sogar Hirn, was? Alte Narben und auch Gehirnschäden reparieren. Ach so. Da muss man dann regelmäßig das nehmen. Das ist doof. Joa. Ähm. Dann würde ich sagen, Mütze. Nehmen wir noch mit. Kamela-Mütze. Ich weiß nicht. Oder die Überlebensration. Scheißegal. Nehmen wir die noch mit. Und dann passt es. 160. Ah ne. Alles klar. Okay. Haben wir die Sache durch. Irgendwas wollte ich gerade. Ich wollte ihm hier noch eine Abbauaufgabe geben. Bis hier mal, bitte. Und bis hier. Ah, diese Marmor-Skulpturen, die sind so viel wert, weil er die immer meisterlich baut. Okay, das heißt, heilt alles, macht aber sofort abhängig. Hm. Ja. Machen wir auch nicht. Habe ich sofort gesehen. Das ist gefährlich. Süchtig und so. Finger weg. So. Was ist denn hier? Warum kommt das hier nicht... Warum geht das hier nicht voran? Mit den Marmorfliesen und so weiter. Vermutlich, weil wir kein Marmor haben. Ja, das wird der Grund sein. Insofern können wir eigentlich auch weitermachen. Oh, 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 oh. Ein Mothalo ist verdammt geworden. Nein. Mach nicht das Ding kaputt. Okay, Gott sei Dank. Gut. Können wir gleich schlachten. Wunderbar. Perfekt. Weiter geht's. Das Blöde ist jetzt, sehe ich gerade, was machen wir denn mit dieser Außenmauer? Mit der Holzwand. Die können wir jetzt nicht in der Hitze abreißen. Und ich will die jetzt... Ja, man könnte sie natürlich... Ah, dann ist der schöne Weg weg. Das ist jetzt ein Dilemma. Das ist echt ein Dilemma. Hier haben wir schon Sandsteinwände. Hier könnte man wieder mit Außenmauer arbeiten. Das geht. Das können wir eigentlich als nächstes starten. Ach ne, da eine Tür ist wohl wohl ein bisschen komisch, ne? Die Tür muss dann hier rein. Äh, muss ja mal das Feld latschen, aber es ist halt so. Bis zum Winter warten und dann erneuern. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, Fleisch müsste doch aber auch automatisch jetzt kommen. Der Schlachter müsste das doch... Unser Koch, Otto, müsste das doch machen, oder? Ne, wer schlachtet eigentlich? Wer macht die Schlachtarbeit? Macht das auch der Koch? Sonneneruption. Eine Vielzahl elektrischer Teilchen stört elektrische Geräte und macht diese unbrauchbar. Wie bitte? Während der Hitzewelle funktionieren jetzt die elektrischen Geräte nicht? Was ist denn das für eine Scheiß... Ah, die Hitzewelle ist weg, ne? Ne, die ist immer noch da. Und nein! Was ist denn das für eine Kombination? Verdammt! Und jetzt? Ein Tag. Ich meine, ein Tag werden die das ja wohl aushalten, ne? Jetzt geht alles aus. Mal gucken. Mal gucken. Ich glaube, jetzt sollten wir nicht schlachten. Ich weiß nicht. Oder gerade schlachten. Das ist ziemlich... Schlachten ist bei Tieren. Ne, Otto schlachtet schon, glaube ich. Naja, Otto macht das schon. So. Aber was passiert jetzt, Leute? Ist das das Ende? Was ist hier für eine Aufgabe? Banditenlager. Ähm... Ja, ne. Machen wir nicht. Marmorblöcke werden tendenziell hergestellt. 270. Nachts arbeiten, tags schlafen. Ja, aber ein Tag werden die das doch aushalten. Die Nacht ist jetzt vorbei. Ich meine, was sollen wir jetzt machen? Es ist auch 29 Grad. Das finde ich jetzt noch okay. Wir haben hier drinnen jetzt 25 Grad. Das verdirbt in 29, 39 Tagen. Das geht alles. Kältewelle und Sonnensturm ist auch geil. Ja, okay, glaube ich. So, warte mal. Wer macht die Marmor-Sachen? Steine bearbeiten. Das macht MacGyver und Snowden. MacGyver errichtet jetzt erstmal ein Dach. Äh, ist schon zu Ende? Alles klar. Wir haben es schon geschafft, Leute. Sonnensturm ist vorbei. Alles halb so wild. Da hinten kommen wir gar nicht so ran, glaube ich. Das müssen wir dann erstmal abreißen. Und die Hitzewelle ist auch vorbei. Ja, bestens. Bestens. Leute, macht nicht so viele Vorschläge. Wir haben noch so viel zu tun jetzt erstmal. Ich nehme jetzt erstmal keine neuen Vorschläge an. Außer sie sind wirklich dringend und irgendwie wichtig. Ah, Quatsch. Abreißen. So, MacGyver bearbeitet jetzt Steine. Ja. Sandsteine bearbeitet er. Davon haben wir doch genug. Aber er will jetzt erstmal wieder so viel herstellen, wie sein muss. Das ist ein bisschen ungünstig, ne? Dass derjenige, der baut, auch die Steine macht. Bisschen doof eigentlich. Jetzt reißt er erstmal die Wände ab. Und baut eine Tür. Tja, das sind alles Entfernungen inzwischen, ne? Wahnsinn. So, wir haben... Oh, wir haben... Grundlage der Mikroelektronik. Schaltet den Hightech-Labor-Tisch und die Funkanlage frei. Okay. Wir gehen erstmal in die Forschung. Warte mal. Habe ich pausiert? Ja. Was machen wir denn jetzt? Wir kommen gar nicht hinterher. Wir erforschen so viel, was wir gar nicht bauen können. So. Duschkabinen mit Türchen. Powerdusch oder was? Ich meinte, wenn wir nachher das wirklich machen mit den Duschen, dann können wir eigentlich die Powerduschen vielleicht schon erforschen. Warum nicht? Also, wenn wir das Thema Wasserversorgung angehen, dann können wir auch hier schon die geilen Sachen machen. Funkanlage, ja, die können wir ja bauen, ne? Aber dann lasst uns jetzt mal die Powerduschen erforschen. Und dann gucke ich jetzt mal, was jetzt hier neu dazu ist. Produktion. Hightech-Labor-Tisch. Sehe ich das richtig, dass dieser Labortisch den anderen Labortisch ersetzt? Dass man den einen dann rausschmeißen kann? Ich vermute mal, ne? Okay, das klingt auf jeden Fall wie eine gute Investition. Okay, das sehe ich richtig. Alles klar. Ja, aber das ist die Frage. Hat das jetzt wirklich Priorität oder sollen die jetzt erstmal die anderen Sachen machen? Stahl ist nämlich auch nicht mehr so viel da. Wir müssen dann mal wieder... Was haben wir hier an der Ecke eigentlich? Achso, das ist Kalkstein. Wir müssen mal wieder irgendwie Stahl abbauen. Hier hätten wir noch Stahl, aber hier brauchen wir auch mal wieder... Ja, ich baue mal hier Stahl ab. Wir machen das mal so jetzt. So, 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 so. Gehen wir mal davon aus, dass das hoffentlich alles Stahl ist dort. Recaille macht das jetzt schon. Gut. Gut. Ansonsten können wir natürlich das bisschen auch noch machen. Dann haben wir... Dann haben wir das auch erledigt. So, was macht ein MacGyver eigentlich? Der bringt Schokolade irgendwo hin. Was macht der? Der holt Medizin. Braucht er das? Hat er irgendwie ein Problem? Beobachte den Sonnenuntergang. Alles klar, jetzt ist abends. Naja, die haben ja auch einiges... Einiges geschafft. Einiges überlebt. Das gönnt man ihnen. Funkanlage und Orbitalfeuer im Lager sind wichtig für die Händler. Der Hightech braucht Strom. Naja, gut. Strom ist ja hier kein Problem. Strom ist sowieso kein Problem. Das sieht übrigens noch hässlich aus. Das könnten wir hier noch abreißen. Und dann gucke ich nochmal... Ja, was wir auch noch nicht haben. Wir haben Sachen auch noch nicht. Schmelzofen haben wir nicht. Wir haben... Glaube ich keine Schmiede. Und wo ist jetzt... Wo ist jetzt hier ein Funktisch? Sehe ich jetzt nicht. Funkanlage. Ah, okay. Erlaubt den Funkkontakt mit anderen Fraktionen und orbitalen Händlern. Und das ist das orbitale Funkfeuer. Für orbitalen Handel benötigt. Du kannst nur Waren an orbitale Händler verkaufen, die sich im Lagerbereich eines Funkfeuers befinden. Kann auch drinnen platziert werden. Okay, 40 Stahl. Ein Bauteil. Ja. 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 Der braucht Strom und ist ziemlich groß. Mit dem Schmelzofen bekomme ich mehr Stahl. Okay. Gut. Ja, wie gesagt. Jetzt mal eins nach dem anderen. Ich würde sagen, wir bleiben mal beim Thema. Das einzige ist, wo ich mich vielleicht überzeugen lassen könnte, ist mit diesem Funkfeuer das noch einzuschieben, damit wir gut handeln können. Das scheint mir ja wirklich eine sinnvolle Sache zu sein, von der wir profitieren. Die braucht Strom. Die Frage ist, gibt es einen sinnvollen Ort, wo man die hinbaut? Hier ist doch ein schöner Ort. Ich platziere die mal da. Gut. So, wir haben 16 Essen. Otto kommt irgendwie nicht mit dem Essen hinterher. Otto muss mehr kochen. Reis ist schon wieder verrottet, aber das ist nur der Randreis. Das heißt nicht. Die Funkanlage ist wichtiger. Ins Lager mit dem Funkfeuer. Okay. Ich kann das auch erst mal abbrechen. Ich dachte, das Funkfeuer funktioniert nur mit der Funkanlage zusammen. Wahrscheinlich habe ich das Prinzip verstanden. Nicht verstanden. Sie hatten mehr erwartet. Besucher hatten mehr erwartet? Wahrscheinlich, weil sie Geld bezahlen mussten. Okay. Also. Boah. Das ist ja wirklich groß. Aber hier würde es noch hinpassen. 120. Vier Bauteile. Okay. Die Funkanlage macht die Händlerkontakte. Alles klar. Warum muss die Funkanlage im Lager stehen? Was ist der Sinn daran? Ach so. Das Funkfeuer beamt die Sachen rauf. Ah. Ich verstehe. Alles klar. Das hatte ich gar nicht kapiert. Was der Sinn dieses Funkfeuers ist. Das ist ein Beamgerät. Okay. Dann ist es verständlich. Gut. Wir brauchen aber Stahl. Okay. Das ist kein Stahl. Das ist Sandstein. Hier haben wir noch ein bisschen komprimierten Stahl. Haben wir noch irgendwie Weltraumschrott in der Nähe? Umliegen. Was ist das eigentlich? Das ist eine Marmorwand. Auch Sandstein. Hm. Stahlmangel. Komprimiert. Der Plastahl haben wir unten noch. Das ist doch gut. Ah ne. Das ist aber ein anderer Stahl. Oder ist das auch... Plastahl ist ein anderer Stahl. Ja. Hier ist irgendwie der Stahl auch zu Ende. Wir kommen jetzt gerade in Stahlmangel. Wenn ich das richtig sehe. Oh Leute. Hier passiert übrigens was. Es ist hier ein bisschen Würze im Fass. Es geht los. Es geht los. Warte mal. Ich glaube, wir sollten das wiederholen. Ach so. Genau. Keine Ahnung. Wir machen mal 20 oder so. 5 von 25 Würze. Aha. Der Hopfen wird hoffentlich geerntet. Alles klar. Oben links vom Lager der einzelnen Felsen ist mit viel Stahl. Hier drinnen? Ist das Stahl? Oder ist das... Das ist Fog of War, ne? Ein einzel... Ah, hier. Hier das Ding. Okay, da ist Stahl. Das stimmt. Alles klar. Gut gesehen. Bauen wir das mal so ab. Gut. Warum kommen wir hier nicht zu Potte? Was ist mit dem Marmor los? Ich habe doch hier Marmor auch abgebaut ohne Ende. Hier liegen Marmorbrocken rum ohne Ende. Das Problem ist, die Blöcke werden nicht gebaut. Das Problem ist, die Arbeit ist schlecht verteilt. Handwerk. Steine bearbeiten. Das macht MacGyver, aber der baut halt vorher. Aber was baut MacGyver denn eigentlich? Piratenhändler. Okay. Gut. Handeln wir erst mal. Strukturen im Norden sind auch Stahl. Stimmt. Das ist auch eine Stahlwand. Richtig. Das hatten wir schon immer als Abbauort. Ich kann mich erinnern. Okay. Sollen sie erst mal kommen? Müssen wir handeln. Aber das Problem mit dem... Mit dem Marmorblöcken nervt irgendwie gerade ein bisschen. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, wir haben den verdammten Suchradius nicht. Ah. Das hatten wir schon mal, das Thema. Deswegen wird das nicht bearbeitet. Deswegen geht das auch nicht weiter. Das hat uns hier total blockiert, Leute. Total blockiert. So. Wir müssen hier die... Die Stromleitung wieder reinbauen. Damit es nicht so hässlich aussieht. Und wir müssen nochmal Holzböden machen. Okay. So, nach und nach klappt das hier mit unseren Wänden. Wir lassen sie erst mal reinkommen. Und dann beginnen wir den Handel. Hier wird fleißig geerntet. Das ist auch soweit gut. Sehr schön. Wir müssten eigentlich mal wieder Dung hier aufbringen. Jetzt baut endlich. Jetzt wird weitergebaut. Endlich. So. Wo seid ihr, ihr lieben Händler? Und wo ist Otto? Otto schläft. Das ist schlecht. Wer... Warte mal. Wer war noch? Wer war die Nummer zwei in... Soziales? Paula. Paula kann das auch. Paula. Handeln. Aber ich glaube, ich habe vergessen, wieder eine Statue in Auftrag zu geben. Ja. Wir haben unseren Künstler. Der hat aber gerade nichts gebaut. So. Was haben die? Die haben einen Grizzlybären im Angebot. Fünfmal Medizin. Psychitee. Ambrosia. Methadon. Und Luciferium. Also ich würde sagen, die Medizin nehmen wir einfach mal mit. Die kann nie schaden. Das ist ja gute Medizin. 107 gibt es. Wir können im Moment nichts verkaufen. Ach nee. Ambrosia haben wir selber. Nee. Otto wird nicht geweckt. Das machen wir nicht. Ambrosia weg. Das bringt nicht so viel. 966. Ist glaube ich egal. Das ist jetzt nicht so groß zum Nachdenken. Ich denke, das läuft so. Wir kaufen den Grizzly nicht, weil wir das Geld auch nicht haben. Der kostet irgendwie 800. So. Vermutlich sollten wir mal hier ihm sagen, dass er nicht eine Marmorskulptur herstellen soll, sondern vielleicht doch eine Sandstein-Skulptur auch machen kann. Wobei Marmor ist eigentlich schon geil, ne? Wir haben doch jetzt wieder viel. Marmor ist gerade so ein bisschen Mangel. Nee. Ich glaube, Marmor war schon gut. Achso, das müssen wir auch... Hä, warte mal. Große Skulptur. Kann man ihm das nicht direkt sagen? Aus welchem Stoff das ist? Bin mir nicht ganz sicher. Insofern weiß ich auch gar nicht, warum er das eigentlich nicht macht. Naja, erstmal ist er hier am Abbauen von Stahl, was ja auch wichtig ist. Ich könnte einstellen, dass immer drei Skulpturen auf Lager sind. Ja, das ist wahrscheinlich sogar auch nochmal eine gute Einstellung. Das ist gut, ja. Das machen wir. Wobei, bei den großen Skulpturen sind so viel wert, wir können die meistens... Hä? Wir haben vier große Skulpturen, angeblich auf Lager. Er hat fleißig gebaut. Okay, alles klar. Hä? Was haben wir denn hier für Skulpturen? Ich sehe die gar nicht. Wo hat er die denn hingestellt? Unser Lager ist übrigens voll. Was machen wir denn da? Jetzt ist er wieder am Arbeiten. Hm. Wir brauchen irgendwie ein Lager. Wir haben ein Lagerproblem. Der Platz wird eng, Leute. Wir könnten natürlich diese Wand hier noch vorziehen. Dann haben wir hier noch ein erweitertes Lager. Oh, der Herbst hat angefangen. Alles klar. Wisst ihr was? Das mache ich. Wir machen mal wieder unsere liebste Tätigkeit, nämlich irgendwie was ranfummeln. Wir nehmen Sandstein. Wir machen das so. Und so. Großartig. Oh Mann. Die Armmoderatoren. Was ist heute los? Was? In den Berg. Ne, da wurde mir gesagt, ich soll auf keinen Fall in den Berg bauen, weil dann irgendwas ganz widerliches da rauskommt. Ich stücke lieber, als dass ich mit tödlichen Monster, Insekten oder so kämpfe. Was ist eigentlich das hier? Wir haben ein Kaninchen. Wir haben ein Kaninchen getötet. Oh mein Gott. Das kann doch gekocht werden. Schaut mal, wie krass Otto drauf ist. Guckt euch das mal an. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, warum er so krass drauf ist. Schöne, wunderschöne Umgebung. Extrem eindrucksvolles Esszimmer. Das kommt alles. Wegen Schauters Wahnsinns. Skulpturen, aber wieso, also was ich immer noch nicht weiß, wieso zeigt er mir hier an? Wir hätten, wir hätten vier Skulpturen am Start. Angefragte Karawane wollen wir nicht. Das ist mir noch so ein bisschen ein Rätsel, ehrlich gesagt. Was da der Hintergrund ist. Aber gut. Denk an die Türen. Welche Türen? Achso, die Türen für das Ding hier. Ja, das ist noch ein guter Hinweis. Stimmt. Türen sollte man auch haben. Baue ich die mal hier ein beim Weg. Endlich arbeitet McGuire dort weiter. Wurde ja auch Zeit. Gut. Dann mach erst mal die Geschichte. Bist du sehr schön, sieht den Spammer nicht. Also im Moment ist er auch weg. Ach, die aufgestellten Skulpturen zählen mit. Ja, das ist ja bescheuert. Der Spammer war direkt in Restream. Was geht denn da los? Hat er sich ja eingehackt? Okay. Krass. Gut. Dass es sowas gibt, wusste ich nicht. Gut zu wissen. So, was ist hier? Aufgabe, versteckte Gegenstände. Ratsvorsitzende, bla bla bla, das ist eine Nachricht. Sie haben erfahren, dass eine Sammlung wertvoller Gegenstände in einem nahen Versteck darauf hat, gefunden zu werden. Die Sammlung besteht aus einem unendlichen Kraftstoffreaktor. Unglücklicherweise wird es nicht lange dort bleiben. Andere Gruppen sind schon auf dem Weg und werden den Ort in 28 Tagen erreichen, wenn wir nicht gehen. Marjot sagt, dass dort Gefahren lauern können. Unendlicher Kraftstoffreaktor generiert langsam Kraftstoff, indem mithilfe einer Serie komplexer chemischer Reaktion Atome aus der Atmosphäre extrahiert werden. Okay. Muss man da jetzt irgendwie auch eine Karawane? Muss man da jetzt auch eine Karawane losschicken? Ich habe keine Ahnung. Lohnt sich das? Ist ein unendlicher Kraftstoffreaktor eine geile Sache? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was sagt ihr? Wie holt man sich das Zeug? Ja, eine Antwort auf 1000 Fragen. Ich muss hingehen. Aber wie gehe ich hin? Indem ich eine Karawane gründe, oder? Aber wie gründe ich eine Karawane? Ich habe es noch nie gemacht. Und lohnt es sich? Ich habe irgendwie, irgendwie habe ich da Schiss vor, weil es läuft gerade so gut und jetzt müssen wir Leute wegschicken und da kommen die nicht wieder und passiert da irgendwas doch alles schrecklich. Tobu sagt, so toll sind die Dinge auch nicht. Kann easy werden, aber du kannst auch überfallen werden. Auf der Weltkarte kann ich die Karawane gründen. Okay. Ach, wisst ihr was? Ich spiele safe. Was sollen wir mit irgendwas, was wir eigentlich überhaupt nicht brauchen? Das ist doch, das ist doch Quatsch. Okay, warte mal. Aber die Sache mit den aufgestellten Skulpturen, das beschäftigt mich jetzt nochmal. Das heißt, wir müssen quasi zwei mehr einstellen, als wir aufgestellt haben, damit er, oder drei mehr, damit er immer Skulpturen hat. Ich würde mal sagen, wir machen, dass er immer zwei zum Verkaufen hat. So, warte mal. Jetzt können wir erstmal hier abreißen. Diese ganze Geschichte. Und können die Lagerzone erweitern. Ja gut, muss ich nochmal machen, wenn die Wand weg ist. Aber ist vielleicht schon mal eine Hilfe. So, das Häschen wird geschlachtet. Sehr schön. Alles klar. Mamo liegt hier eigentlich ausreichend rum. Gut. So, unser Wandprojekt. Wir gehen weiter mit dem Wandprojekt. Das wollten wir im Winter machen. Hier haben wir Steinwände. Hier scheint Strom gebaut worden zu sein. Okay, das heißt, wir können hier auch erstmal abreißen. Okay. An das Ding kommen wir nicht so richtig ran. Das heißt, hier müssten wir, wenn wir das machen wollen, erstmal dort abreißen. Gut. Hier haben wir eine Wand. Hier würde ich sagen, stückeln wir wieder von außen an. Das ist okay. Auch wenn wir... Ja, auch wenn wir das eigentlich nicht bepflanzen können. Wobei hier tatsächlich noch ein bisschen wäre möglich. Dann machen wir das jetzt als nächstes. Strukturen. Sandsteinwand. Bis hier. Inklusive Tür hier. Okay. Bei den Details kann ich das umstellen. Warte mal, was kann ich da umstellen? Ach so. Nur was in Lagerzone ist. Ah, okay. Alles klar. Das ist ja interessant. Das Spiel ist so krass. In dieser Hinsicht ist es unfassbar, was das für Details hat. So, was ist jetzt mit der Funkanlage? Äh. Funktioniert jetzt einfach so. Strom hat sie ja wohl. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Am Strom ist sie angeschlossen. Tja. Heißt das jetzt kommt einfach sozusagen mehr und bessere Händler? Ja, ja. Karawanen machen wir nicht. Wir sollten erstmal hier die Basics machen, ne? Würde ich auch mal sagen. Dieses Lager ist schon irgendwie skurril in seiner Ausformung. Sowas passiert nur, wenn man das nach und nach baut. Es hat eine eigene Ästhetik. Müsst ihr doch mal zugeben. Okay. Die Händler melden sich und dann muss man einen Händler zur Anlage schicken. Ah, alles klar. Alles klar. So, okay. Dann brauchen wir jetzt noch ein Funkfeuer. Verstehe. Das war... Wo? Raumschiffböden. Sicherheit. Wo waren das? Diverses. Hier, orbitales Funkfeuer. Im Lager. Sollte ich das ja bauen. Gut. Wir haben schon wieder recht wenig Eisen. Oder eigentlich gar keins. Können wir oben mal... ...die Sachen abreißen. Damit das auch mal weg ist da. Gut. Snowden macht Blöcke. Das ist auch soweit okay. Sehr schön. Nachher sind wir bei 4200. So, was ist hier los? Paula macht hier... ...braut hier Bier. Zehn Würze. Bier Würze. Bleibt die da stehen? Warum macht sie die nicht gleich rein? Muss das hier noch eingestellt werden, dass hier auch Bierwürze hin darf? Oder ist das nicht automatisch? Rohstoffe. Hergestellt. Drogen. Nee. Ah, Bierwürze. Alles klar. Die sollten wir dort zwischenlagern. Aber irgendjemand hat sie jetzt schon mitgenommen. Gut. Eigentlich sollten wir immer 20 Bierwürze haben. Okay. Aber unsere Bieraktion läuft zumindest. Sagen wir mal so. Das läuft. Den Teil haben wir geschafft. So. Wie sieht es hier aus? Hier sieht es gut aus. Wir brauchen hier nur noch die Tür. Vermutlich haben wir wieder kein Holz, oder? Kann das wahr sein? Tatsächlich. Wir haben kein Holz. Ja. Dann müssen wir erst mal wieder... Wie sieht es denn aus? Haben wir hier inzwischen schon mal Bäume, die wir hacken können? 54 Prozent. Nee. Wahnsinn. Ah, hier in der Nähe ist aber schon mal wieder... Oh ja. Oh ja. Oh, jetzt sieht es gut aus mit Holz. Jetzt ist gut was gewachsen. Hervorragend. Sehr schön. Nennen wir es mal ungefiltert. Das Funkfeuer hat eine Range. Ja. Was sagt mir das jetzt? Mit der Range. Ach so. Ah, warte mal. Das hat eine Range im Sinne, was man sozusagen verkaufen kann. Wird diese Range hier angezeigt? Das heißt, das, was da unten ist, kann man nicht verkaufen. Okay. Dann sollte ich es vermutlich woanders hin bauen. 40 Dinger sind da schon hingebracht worden. Gut. Wo war das jetzt schon wieder? Ich vergesse das jetzt mal. Diverses. Okay, so müsste das abgedeckt sein. So steht es mittig, glaube ich. Alles klar. Guter Hinweis mit der Range. Ja, die Wand wird sowieso abgerissen. Ach so, die Wand für Holz abgerissen. Ach so, die Wand für Holz abgerissen. Aber, ähm, ja, ja. Genau. Das können wir auch noch machen. Das ist auch noch ein richtiger Hinweis. Ja. Ja, 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 ja. Abreißen. Abreißen. Ach so, aber dann funktioniert die Tür vermutlich. Naja, gut. Die Tür wird ja dann schnell gebaut. Das wird schon gehen. Wir haben ja auch noch Herbst. Die Temperaturen sind in Ordnung. Fressen die Hunde nicht das Fleisch aus dem Kühlschrank? Nee, ich glaube nicht. Die Hunde bekommen eigenes Futter. Nämlich Trockenfutter. Glaube ich zumindest. Ich weiß gar nicht, wo das produziert wird. Hier beim Schlachter. Ich weiß gar nicht, wer das produziert, ehrlich gesagt. Oder macht das auch der Koch? Irgendjemand produziert Hundefutter. So, jetzt erstmal wieder Nacht angesagt. Ja, 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 ja. Die Schlachterei war nicht im Lagerraum. Die Schlachterei ist hier unten. Ach so, das ist der alte Schlacht... Ja, guter Hinweis. Den haben wir gar nicht umgebaut. Was ist das für ein Quatsch? Das können wir abreißen. Sehr schön. Haben wir noch ein bisschen Platz wieder? Sehr gut. Was ist eigentlich mit dem Werkzeugschrank? Der... Boah, der ist teuer. 200 Stahl. Aber der macht die Sachen schneller, ne? Ich glaube, so war es. So, schöner, erquickender Regen. Sehr schön. Schauter ist auch wieder am Bauen. Wunderbar. Powerduschen. Abgeschlossen. Sehr schön. Gott, unsere Forschung geht schnell. Ich ziehe jetzt das mal durch, ne? Mit dem Wasser-Thema. Jetzt nehme ich mal Wasser-Filter-Systeme. Ich mache jetzt alles, was Wasser irgendwie... Wasser bringt. Ich muss noch eine Essens-Richtlinie für die Tiere machen. Hm. Gibt's das? Das Tier taucht hier gar nicht auf. Wir haben nochmal eine Rettungskapsel. Ein Sanitäter namens Alvarez ist mit einer Rettungskapsel in der Nähe abgestürzt. Wenn sie den Aufschlag überlegt hat, ist sie vermutlich schwer verletzt. Alvarez gehört zu der feindlichen Fraktion, die Schwindelerschänder. Du kannst sie einsperren, um sie zu rekrutieren oder zu versklaven. So. Jetzt ist die Frage. Alvarez. Hm. Auch eine Künstlerin. Ich weiß nicht. Wollen wir noch eine zehnte Person aufnehmen? Ist nicht so doll, ne? Wozu man ist auch in Bereichen, die wir eigentlich gut abgedeckt haben. Psychisch sensibel und eifersüchtig. Stimmungsabzug, wenn sie nicht ein Schlafzimmer hat, das nicht so... Sie ist auch 67. Außerdem ist sie uns feindlich gesinnt. Wir wollten einen Träger haben. Retten, retten, retten. Ist ein Künstler Cash Cow. Ja, einen Künstler haben wir schon. Wenn man sie pflegt und entlässt, verbessern sich die Beziehungen. Ja, gut. Okay. Ich meine, wir haben genug Nahrung. Insofern ist das schon... Ist das schon eine Sache? Ja, okay. Wenn ihr der Meinung seid, dann nehmen wir sie auf als zehnte Person. Wir müssen sie bloß jetzt irgendwie erstmal einsperren, ne? Wen schickt man da? Den, der sie nachher auch überredet? Das ist Paula. Gefangen nehmen. Keine Betten im Gefängnismodus. Okay, alles klar. Wir müssen wieder ein Gefängnis definieren. Unser Gefängnis war hier unten. Das bedeutet aber auch, dass wir ein neues Zimmer jetzt bauen müssen, wenn wir sie wirklich aufnehmen wollen. Okay, das sind jetzt keine Gästebetten mehr, sondern Gefangenenbetten. Gut. Dann kann Paula sie holen. Wo ist sie jetzt hin? Ich habe sie verloren. Ach, da ist sie. Da liegt sie. Okay. Bauteile? Das sind Raumschiffstücke. So, das gleichzusetzen mit Bauteilen. Wir können die abreißen von mir aus, ja. Was ist denn jetzt hier los? Kandidat Prinz ist Kandidat Otto. Okay. Prinz ist ein Kandidat für den Bürgermeisterposten von Wim Walden. Das sind ihre Grundsätze. Wir müssen groß träumen. Drogen haben keinen Platz in dieser Kolonie. Ich bin der Fähigste, diese Kolonie zu führen. Wir müssen als Volk vorankommen. Jeder sollte verdienen, was er hat. Es gibt Bürgermeisterwahlen, das wusste ich ja überhaupt nicht. Otto ist ein Kandidat für den Bürgermeisterposten. Wir sollten nach unseren Verdiensten beurteilt werden. Diejenigen, die Geschichte nicht lernen, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen. Stimmen sie für die Person, die sie kennen und respektieren. Ja, Otto kennen wir am wenigsten. Wir können nur das tun, was für uns richtig ist. Jeder sollte verdienen, was er hat. Toll. Und wie läuft das? Die Wahlen für einen Bürgermeister finden statt in Wim Walden. Einige Kolonisten haben ihre Kandidatur bekannt gegeben. Alles klar. Und wir haben eine Karawane. Ne, das war... Quatsch, das war eine angefragte. Wir haben einen Großhändler wieder am Start. Ja, gut. Alles klar. Also hier ist erstmal gefangen. Das läuft. Paula kümmert sich darum. Die Händler kommen. Otto lassen wir erstmal wieder ausschlafen. Wo sind Bauteile, Leute? Was meint ihr mit Bauteilen? Ach da! Die Dinger! Ne. Das Metallschrott. Habe ich hier irgendwas verpasst? Ich weiß nicht, was ihr meint mit Bauteilen. Meint ihr die Raumschiffstücke? Ich sehe keine Bauteile. Ich stimme für Otto. Na okay, die Weltraumteile kann man zerlegen. Alles klar. Gut. Ja, dann brauchen wir Bürgermeisterbüro. Na sowas. Das ist ein Problem. Dann würde ich sagen, machen wir folgendermaßen. Das ist ein Zimmer für... Falls wir sie behalten wollen. Und das wird unser Bürgermeisterbüro hier oben. Im Felsen etwas oberhalb von der Neuen. Im Felsen etwas oberhalb von der Neuen. Ach da! Ne, das ist auch Metallschrott. Was wollt ihr mir erzählen, Leute? Im Felsen etwas oberhalb von der Neuen. Ach hier! Komprimierte Bauteile. Aber die vergammeln noch nicht. Ja gut, müssen wir uns merken. 45 haben wir. Das ist Gold, genau. Gut. So. Okay, die ist da. Die unterhalten sich schon mal über Sex. Alles klar. Ich würde mal sagen, geheilt wird doch aber, ne? Richard, machst du dich hier an die Arbeit? Oder ist die... Blutverlust? Hm, wartet mal. Die müsste doch aber jetzt auch von uns verarztet werden, ne? Aber ich kann hier nichts tun. Oder muss das ein Krankenbett gleichzeitig sein? Ah, okay. Das muss gleichzeitig ein Krankenbett sein. Und jetzt kann Richard hier hin? Ne, kann er auch nicht. Wer hilft dir jetzt? Es rauscht. Ja. So, Leute. Otto schläft. Die Karawane ist da. Wo ist sie eigentlich? Ist die Karawane schon wieder weg? Ne, die ist da oben. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir Otto mal ausschlafen. Ah, Otto ist wach. Und gucken, was wir hier handeln können. Oh, die haben hier ein paar Hühner mit am Start. Lass die mal frei. Eifersichtig und psychisch schwach sind echt miese Traits. Ja, ich bin auch nicht so begeistert von der Oma, muss ich mal sagen. So, gut. Was haben wir denn hier? Gucken wir erstmal, was wir verkaufen können. Wir können eine wunderbare, eine exzellente... Auch Stahl hat er die produziert. Okay, das hätten wir eigentlich jetzt nicht erlauben sollen. Egal. Dann... Was haben wir noch zum Verkaufen? Mützen. Ne, die sind ja nur für uns. Parka ist alles für uns. T-Shirt ist für uns. Hemd ist für uns. Joa. Okay. Die kaufen ja echt viel. Wir könnten unseren Hund verkaufen, aber das wäre natürlich der Wahnsinn. Gut. 342. Jetzt ist die Frage, was wollen wir kaufen? Henne, Henne, Henne. Hühner lassen sich super vermehren auf einem freien Feld. Sind super Meat Shields. Okay. Wir schaden der Gegenseite mehr, wenn wir sie freilassen, Aquarius. Lagerzone vervollständigen. Ja, das müssen wir machen. Ja, soll ich Hühner kaufen? Ich meinte, das wäre schon mal witzig, oder? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Muss man da so eine Tierzone definieren? Die Klamotten verticken. Die Hühner und das Neutramin kaufen. Ja gut, wir können natürlich auch die Kleidung verticken. Das wäre auch eine Möglichkeit. Die Hälfte vom Leder. Dann verkaufe ich lieber die Kleidung, weil die ist produziert und ist nicht die Rohstoffgrundlage. Eine Tierzone. Die fressen krass. Ach, die fressen Gras. Okay. Was? Stahl. Ich soll Stahl kaufen? Bauteile könnten wir kaufen. Ich kaufe jetzt die Hühner. So. Wir haben noch 167. Na gut. Also, das wäre schon eine Sache, dass wir die Klamotten verkaufen. Das kann ich mir schon vorstellen. Mütze, Mütze, Mütze. Wird, werden die halt neu gemacht. Schaut mal, die sind total wertvoll. Lieber die Klamotten, als als die Grundlagen dafür kaufen. Zwei Hemden. Zwei Hosen. Hühner nur Gras fressen lassen, kein Futter. Okay. Genau, Merkantilismus. Alles klar. Guter Hinweis mit den Hühnern. So, jetzt haben wir 798. Jetzt ist die Frage, wollen wir, wollen wir Bauteile kaufen? Das ist das Einzige, was man mir jetzt noch vorstellen kann. Ja, ne? Bauteile sind doch immer es wert, oder? Stahl soll ich dazu kaufen? Na gut. Okay. Dann kaufe ich Stahl dazu. 337 Stahl. Könnten wir komplett kaufen. 49. Komm, dann kaufen wir noch ein Bauteil. Sind wir bei 12. Einnahme. Neutramin. Was ist denn mit Neutramin? Ich kenne Neutramin nicht. Neutramin. Synthetisch-chemischer Neutralisator. Eigentlich ohne jeden Nutzen, wird aber bei der Produktion vieler Drogen als Zutat betont. Was sollen wir damit? Ach komm, wir kaufen das jetzt so. Alles klar. Der Deal ist durch. Beziehungen haben sich verändert. Und wo sind jetzt unsere Hühner? Die sind dort. Okay, dann müssen wir uns jetzt überlegen, wo lassen wir sie laufen? Die müssen auf Gras laufen? Okay. Ja, das heißt, ich würde sagen, wir lassen sie draußen laufen, oder? Schaut doch nix. Hier vor der Tür so. Zone. Was ist denn das für eine Zone? Anbauzone? Ein sehr großes Feld. Im Tier-Tab. Ah, okay, alles klar. Tiere. Ach so. Ah, alles klar. Unbegrenzt wollen wir es nicht. Wir müssen ihnen ein neues Gebiet zuweisen wahrscheinlich, ne? Kann man das hier umstellen? Gebiet 2. Warte mal, wie macht man das nochmal? Äh, wie definiert man neue Gebiete? Irgendwo geht das? Bin mir nicht sicher. Wo sind die Hühner? Wo sind die Hühner jetzt hin? Kannst du mal mir das Huhn zeigen? Kann man zum Huhn springen? Wo ist das Huhn? Ah, das ist da drinnen. Ah, das ist da drinnen. Aha, hier. Gebiet. So. Manager. Jetzt habe ich es. Manager. Äh, neues Gebiet. Hühner. Hühnergehege. So nenne ich das jetzt mal. Okay. Und wie definiere ich das jetzt? Wie definiere ich jetzt dieses Gebiet? Wo manage ich Gebiete, Leute? Architektzone Arbeitsbereich. Ah, alles klar. Verstehe. Ja, Leute. Dann lassen wir sie hier rumlaufen. Mal gucken, ob das reicht. Okay. Und dann müssen wir jetzt noch den Tieren das Hühnergehege zuweisen. So. Und jetzt laufen sie da selber hin? Oder wie läuft das? Okay. Alles klar. Perfekto. Sehr schön. Dann bin ich mal gespannt. Wie das funktionieren wird. Hühner. Das ist doch auch ein echter Erfolg. So, Leute. Jetzt mal wieder zurück zum Thema. Wir können hier noch was machen. Wir können hier die Zone erweitern. Das Stromkabel, glaube ich, stört jetzt hier nicht so doll. Ach, schaut mal. Das Holz liegt jetzt auf diesem Funkgerät. Aber okay. Soll es. Von mir aus. So. Dann. Der heilt. Der wird gesund. Oder die Gefangene. Wie war das mit dem Thema Sklaven? Jemand fällt Sklaven? Medizin beim Hühnergehege? Was wollte mir da... Ah. Wo kommt das denn her? Hat irgendjemand da gelassen, glaube ich. Weil es hier so toll war. Im Winter müssen die rein und gefüttert werden. Ja, wir brauchen dann ein alternatives Gehege für den Angriff. Okay, verstehe. Ja, Alternativen gibt es nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich meine, wir könnten sie hier in den Vorraum schicken oder sowas. Wollen wir das jetzt definieren? Ja, nachher... Nachher weiß ich das wieder nicht. Wir machen mal ein neues Gebiet. Arbeitsgebiet. Hühner... Not. Hühner-Not. Hühner-Not. Und Arbeitsgebiet erweitern. Hühner-Not. Ist hier. Okay, Sklaven heißt Menschen bei Sklavenhändlern verkaufen. Im Osten beim Reis. Wir sollen sie in den Reis... Ins Reisfeld schicken. Notfall-Speise-Kammer, ja. Ach, man braucht... Wir brauchen Heugras für die Hühner. Na, das ist ja schön, dass ihr mir das sagt. Toll. Wie sollen wir das denn jetzt im Herbst ranzüchten? Das geht ja gar nicht. Ich würde sagen... Die Hühner werden den Winter nicht überleben. Ja, die fressen die Felder kaputt. Ups. Halt, ne, ich will nicht Nikita folgen. So. Gut. Wie sieht's aus? Das ist gebaut worden. Sehr schön. Tür ist da. So, jetzt ist die Frage. So, jetzt machen wir weiter mit unserem Steinprojekt. Wir sind immer noch nicht durch damit. Aber bald. Strukturen. Sandstein. Das ist relativ simpel. Und hier oben ziehen wir auch die Außenwand rum. Das ist auch relativ simpel, wie mir scheint. Und dann wären wir tatsächlich erst einmal durch. Außer diese Winteraktion hier beim Lager. Gut. Und natürlich... Ach so, diese Strukturen haben wir natürlich jetzt noch nicht. Aber da könnte man auch abreißen und wieder aufbauen. Das wäre schon auch möglich. Kleines Feld anlegen. Und wenn es nicht gerade friert, reicht das. Die fressen auch Trockenfutter. Ah, okay. Ja, wir haben bloß keinen Platz mehr für ein Feld. Unsere Feldkapazität ist hier komplett irgendwie... ...komplett ausgeschöpft. Wir können da eigentlich nicht mehr viel machen. Gut. Was irgendwie hässlich ist, das können wir mal bei Zeiten verändern. Wir können mal das neu installieren. Hier. Und das können wir auch mal neu installieren. Hier in der Ecke. Ja, und der Forschungstisch. Nee, wir bleiben jetzt erst einmal dabei, die Sache hier... ...zu Ende zu bringen, die wir angefangen haben. Nämlich diese Mauern. Ach, ein Feld im Tiergebiet anlegen. Sagt ihr. Ein kleines Feld mit Heugras. Okay. Hm. Könnte ich machen. Okay. Pflanze. Heugras. Mal gucken. Vielleicht reicht es ja noch. Von mir aus machen wir das so. Was machen unsere schönen Pappeln? 69. Ja. Alles gut. Wir werden die auch nur fällen, wenn wir sie wirklich brauchen. Jetzt kriegen wir hier wieder ein bisschen Holz. Und um uns herum ist auch wieder Holz gewachsen. So weit, so gut. Unter den Feldern, da eine Ecke. Ja, da ist nix. Da ist Sandstein. Ja, ein bisschen fruchtbare Erde ist da auch noch. Ah, stimmt. Warte mal. Ihr meint, die fressen das, die Hühner. Hm. Okay. Machen wir es mal hier unten. Ein bisschen geht da. Das stimmt. Wir löschen das wieder. Ein neues Feld. Kommando zurück. Anbauzone. Ja, tatsächlich. Es geht ein bisschen. Machen wir das hier. Ne. Pflanze. Heugras. Okay. Gut, Diskussion über die Frage, ob sie das fressen oder nicht. Wir machen es jetzt so. Ist ja auch in Ordnung. Es ist ein Versuch wert. Das wird uns jetzt hier nicht umbringen. Die Karawane zieht weiter. Okay. Schauter arbeitet, obwohl sein Tisch eigentlich versetzt werden soll. Hier werden neue, hier wird neue Kleidung gemacht für den nächsten Verkauf. Oh, was ist hier los? Stromnetz übersch... Was ist defekt? Okay. MacGyver repariert das gerade. Wir haben gerade eine Batterie verloren, aber das ist auch nicht so dramatisch. Gut, deshalb kann MacGyver auch nicht weiterbauen, offenbar. Weil er anderes macht. Jetzt müsste er aber eigentlich mal dabei sein. Ja, jetzt ist er am Start. Hervorragend. MacGyver ist inspiriert. Leute, denen geht es allen so gut. Die sind so krass drauf. Was ist das? Krankheit Muskelparasiten. Drei von deinen Kolonisten sind Muskelparasiten. Okay. Richard, der Arzt, Paula ist auch eine Ärztin und Snowden. Wie kommt das denn? Leicht. So, ich hoffe, Richard hängt mit jemandem ab. Achso, der macht wieder Stahlfiguren. Ja, macht er. Vermutlich. Wir werden ihm das mal verbieten mit den Stahlfiguren. Der soll kein Holz machen, der soll kein Stahl machen. Ich hoffe, er macht die jetzt noch zu Ende. So, ich hoffe, die behandeln sich jetzt mal, oder? Der hängt jetzt ab. Lecker Nudel. Effizienz ist uns egal. Wir wollen Bier haben. Wir wollen Bier selber machen. So, Alvarez kann wieder laufen. Das heißt, wir helfen ihm jetzt. Wir behalten ihn nicht. Achso, ihr habt gesagt, die Beziehung verbessert sich. Na gut, das ist ja schon ein Vorteil. So, was ist jetzt noch? Behandlung benötigt. Ja, aber die müssten sich eigentlich prioritär doch jetzt behandeln lassen, oder? Snowden. Ah, okay, die legen sich schon selbst ins Bett. Das ist ja wunderbar. Und Prinzess macht jetzt Behandlung. Ich habe auch Kräutermedizin eingestellt. Alles klar. Das passt schon. Hervorragend. Gut. Ja. Wir müssen vielleicht mal an das Bürgerzimmer. Was ist das denn? Seltene Thrombos? Okay, gutes Geld. Oh, alles klar. Das sind diese Dinge. Diese Einhörner. Bürgermeisterzimmer. Daran können wir jetzt mal denken. Wir werden jetzt hier... Was bauen wir da rein ins Bürgermeisterzimmer? Ich finde... Einen schönen Tisch brauchen wir dort. Wo haben wir einen schönen Tisch? Einen... Boah, nee, der ist zu groß. So ein Tisch reicht. So, nee, das drehen wir noch um. Stellen den so mittig. Okay. Dann kommt dahinter ein... Ein Bürgermeistersessel. Aus Leder. Ach, der sieht scheiße aus, wenn er nicht mittig platziert ist. Das ist doof. Aber das ist mit dem Stuhl ja genauso, ne? Wie das? Ein Puma vor den Toren. Oh. Okay. Ja, gut. Das Thema Huhn hat sich bald erledigt. Ne, wir haben doch die Not... Die Notunterkünfte. Aber noch ist der Puma auf der anderen Seite. Ich bin ein bisschen unentschieden. Mir gefällt das nicht. Ich kümmere mich jetzt mal lieber um das Bürgermeisterzimmer. Das ist wichtiger. Mir gefällt das nicht... Vielleicht machen wir das nur anders. Zweimal vier ist aber auch doof. Ne, das Problem löst sich nicht. Ne, wisst ihr was? Wir nehmen das nochmal weg. Wir machen das anders. Wir drehen den Tisch so, dass er nur... So rum drehen wir ihn. Das ist auch bescheuert. Das wird heute das größte Problem des Abends. Diesen Tisch so zu platzieren, dass es geil aussieht. Egal, ich mache es doch so. Der Ledersessel kommt in die eine Ecke. Und wenn Leute was wollen vom Bürgermeister, dann setzen sie sich hier auf diese Stuhl, auf diese Holzstühle. So, und dann gibt es noch ein... Ein Regal. Wo finden wir noch schicke Regale? Nachttische will ich nicht. Kommoden. Aktenschrank. Das ist gut. Aktenschrank ist gut. Aktenschrank aus Holz. Der kommt hier in die Ecke. Eigentlich müsste noch eine Couch da rein oder sowas. Ja, wo ist denn der Puma? Keine Ahnung. Wo sind unsere Hühner? Puma ist nicht in Sicht. Der Alpha-Trumbo, der beschützt uns bestimmt. Jetzt muss noch eine schöne Zimmerpflanze da rein. Wo sind die bei Entspannung? Nee. Jetzt, in diesem Moment bin ich übrigens der Meinung, wir brauchen Teppiche. Also wir sollten Teppiche mal erforschen. Weil jetzt haben wir ein Zimmer, wo ein Teppich richtig gut kommt. Hä? Wo sind denn diese verdammten Zimmerpflanzen? Achso, hier Blumentopf. Alles klar. Blumentopf wieder aus Holz. Der kommt hier in die Ecke. Und dann bräuchte ich mir eigentlich noch eine Statue, die dort platziert werden muss. Als beeindruckendes Werk. Hier, die Skulptur. Brauner Insekt. Diese Schnitzerei enthält eine Gravierung von Marina Princess Rias, wie sie schweißgebadet auf der Suche nach Wasser ist. Die Szene scheint sich im Inneren abzuspielen, neben einer Heizung. Das ganze Bild ist aus einer sorgfältigen Zusammenstellung von Tausenden von Dreiecken erstellt worden. Diese Arbeit beinhaltet die Idee der Treue und ist in einem würfligen Stil erstellt. Ja, sehr gut. Das kommt hier unten hin. Perfekt. Was braucht man mehr? Jetzt nur noch ein Teppich und dann haben wir das perfekte Bürgermeisterzimmer. Moderne Kunst. Einen Blumentopf. Och, IKM ist auch im Arbeitsrausch. Leute, die sind hier so geil drauf. Unfassbar. Achso, eine Lampe brauchen wir noch. Das ist noch ein guter Hinweis. So, wo ist der Puma? Können wir mal die Wildtiere checken? Was? Ein Wark? Ein Wark? Der Wark ist bei den Hühnern. Ich glaube, die Sache mit den Hühnern... Ich weiß nicht. Ob das so funktioniert. Der Puma ist da. So, Lampe. Lampe ist noch richtig. Stehlampe. Die Stehlampe kommt hier direkt neben dem Tisch. Sehr schön. Okay. Perfekto. Holz haben wir auch dafür. Wunderbar. Ich habe nicht genug Leder für den Sessel. Was? Wie? Wo? Wir haben 26... 110. Wir müssen auf die Jagd gehen. Aber das ist beim Puma jetzt schwierig. Warte mal. Hier haben wir 19, 14... Eieieiei. Okay. Da müssen wir vielleicht... Einen anderen Sessel bauen. Was haben wir denn? Warte mal. Wo sehe ich das hier nochmal? Wir haben... Stoff. Dann machen wir halt einen Stoffsessel. Geht doch bestimmt auch. Stoff. 110 Stoff. Ja. Leute. Ich will jetzt nicht nur einen Zaun bauen. Das... Und das ist nur so eine Nebenbei-Aktion. Gibt es eigentlich Zäune? Oder gibt es wirklich nur tatsächlich Mauern? Oder wir jagen den Jagd. Das könnte man auch sagen. Puma und Wag jagen. Und dann haben wir das Leder für unseren Ledersessel. Kann man nicht hier sich hinstellen und dann den Puma... Der Puma schläft doch jetzt. Aber eigentlich ist der Wag das Problem. Der ist im Moment bei den Hühnern. Snowden. Snowden ist unser Jäger. Ich kann mich hier nicht aktiv in den Kampfmodus versetzen und das selber managen. Ich gehe mal mit Snowden hin. Okay. Wenn ich den anschieße, dann... Oh. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Snowden. Geh mal hier hin. Hinter dem Baum. So. Jetzt bitte Wag beschießen. Jawohl. Er flieht. Kannst du mal hinterherlaufen? Jawohl. 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 Ich mach das mal persönlich. Oh oh. Jawohl. Alles klärchen. Kein Problem. Für Snowden kein Problem. So. Hühner gerettet. Wag kann geschlachtet werden. Ja, der Wag rächt sich. Quatsch. Der Puma ist noch oben. Alles gut. Wir wollen nicht unnötig hier Tiere töten. Aber wer unsere Hühner in Gefahr bringt, das geht nicht. Wir können sich eigentlich die Hühner vermehren, ohne dass ein Hahn dabei ist. Das geht doch gar nicht. Oder ist das ein Hahn? Ach, das ist ein Hahn. Ach, schaut mal, die machen gerade... Oh Leute, ich sage es gerade und dann passiert es. Sie machen Liebe. Es ist entzückend. 83% Ei-Fortschritt. Den Puma wollen wir auch erledigen? Ach nee, der Puma ist irgendwie so ein edles Raubtier. Solange er sich nicht in die Nähe der Hühner bewegt, ist das okay. Snowden ist schon... Snowden oder Sowden ist schon ein Meister seines Faches, würde ich mal sagen. Was macht das Bier hier oben? Irgendwie, wir sollen... Bierwürze, wir haben nichts, aber es wird auch nichts hergestellt, ne? Hopfen liegt hier rum und vergammelt. Der Hopfen vergammelt, Leute. Wir haben zu wenig hier bei der Ernte, oder was? Wir haben drei Leute auf eins bei der Ernte und die kommen nicht hinterher. Das ist echt ein Problem. Naja, gut. Gibt vielleicht auch Wichtiges, ich weiß nicht genau. Okay, die Umbauten sind da getan. So, was ist hier los mit der Wand? Ah, sehr gut. Die ist auch fertig. Sehr, sehr, sehr gut. So, dann können wir... ...das so abreißen. Äh... So, ne? Ja, theoretisch. Ne, so ist in Ordnung. Gut, dann sind wir erstmal einmal oben. Mit der Wand. Jetzt ist die Frage... Wie spät haben wir es eigentlich, Leute? Darf der Hopfen in den Kühlschrank? Ich gehe mal davon aus, ne? Achso, könnte sein, dass der da gar nicht drin ist. Oh, das ist nochmal ein guter Hinweis. Hopfen, Hopfen, Hopfen. Rohstoffe. Pflanzenmasse. Hopfen. Ah! Das ist der Grund, Leute. Ihr habt recht. Und Rauchblätter müssen doch auch da rein, oder? Gute Nacht, Akira. Danke dir. Nur eine Uhr haben wir es. So, Leute. Jetzt ist die Frage. Jetzt müssen wir mal ernst werden. Es läuft im Moment gut. Wir sind richtig gut am Start. Wir haben noch Herbst. Das heißt, ich finde... Ja, ob der Hopfen in den Kühlschrank muss, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm... Ich finde, wir sollten jetzt mal überlegen, wie wir das mit der Wasserversorgung machen. Das sind jetzt Grundsatzentscheidungen, die wir treffen müssen. Okay. Die erste Grundsatzentscheidung ist, wo soll eigentlich das Bad hin? Was man machen könnte ist, was wir hier so ausgeschacht haben, das ist zumindest auch bei drei Schlafzimmern in der Nähe, könnten wir so ein luxuriöses Bad irgendwie einbauen. Wäre eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit wäre... Man baut diesen Bereich jetzt komplett zu. Aber das ist irgendwie unelegant. Oder... Man baut hier... Man könnte hier auch noch komplett anbauen. Könnte man auch machen. Wobei dann die Frage des Zugangs ein bisschen doof ist. Weil wir hier keinen Flurzugang haben. Man müsste dann irgendwie von außen ran... Nee, eigentlich gefällt mir das nicht. Irgendwie gefällt mir das hier am besten, diese Idee mit dem Bad. Oberhalb des Bürgermeisterbüros. Ja, klar, das könnte man auch machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Hier rangehen, ja. Aber irgendwie... Ich weiß nicht. Vielleicht sollte man es auch... Genau. Wasseraufbereitung, Pumpen, Wassertürme. Das ist nämlich der Punkt, wo wir das dann unterbringen. Man könnte nämlich Folgendes machen. Also jetzt ist die Frage, wo ist eigentlich Wasser? Ich kenne mich mit diesem Wasserthema überhaupt nicht aus. Deswegen gucken wir uns das jetzt mal an. Wir brauchen eine elektrische Pumpe, ne? Ne, wir brauchen erstmal ein Brunnen. So, okay. Und der Brunnen muss irgendwo hin, wo Wasser ist. Tja. Und es sollte vielleicht auch da sein, wo wir geschützt sind. Also in unserem Bereich drinnen, ne? Hm. Schwierig. Man könnte den Brunnen hier hinstellen. Ich weiß aber nicht, ob er den Feldern das Wasser entziehen kann. Ansonsten wäre hier irgendwie gar kein so blöder Ort für den Brunnen. Und dann müssten wir halt mit Rohren, mit Wasserrohren hier arbeiten. Okay. Tom sagt wegen den Käfer. Gut. Hm. Okay, hier hat es den Vorteil, hier könnten wir auch mit dem Brunnen agieren. Na, warte mal. Der Brunnen. Das ist die Frage. Wie, wie, wie kriegt man jetzt die Pumpe, ne? Ich würde sagen, wir nehmen eine elektrische Pumpe. Wir haben ziemlich gut Strom. Also der Brunnen holt doch erstmal selber das Wasser raus. Dann brauchen wir... Also wie läuft das jetzt? Wir brauchen ein Brunnen. Wir brauchen eine elektrische Pumpe. Und wir brauchen ein Wasserturm. Das ist das Erste, was wir brauchen, ne? Und dann benötigen wir irgendwie ein Heizkessel. Aber vielleicht starten wir mal noch nicht mit dem Heizzeug, sondern wir starten erstmal mit der normalen Wasserversorgung. Brunnen, Pumpe, Tank und Verbrauche alle an einem Netz. Okay, dann läuft das automatisch. Am Fluss bauen, Tiefenbrunnen erforschen. Genau. Also was der Brunnen ist, was die Pumpe ist und was der Turm ist, das habe ich schon verstanden. Und einen Auslass für die Fäkalien brauchen wir. Okay, jetzt ist die Frage. Wir erforschen gerade Wasserfiltration, tiefe Brunnen. Das wird alles noch dauern, ehrlich gesagt. Okay, also die Frage ist, man könnte dann, wenn es egal ist, wo der Brunnen steht, könnte man sagen, wir bauen den Brunnen hier und hier hin und verteilen dann das Wasser von hier aus irgendwie. Okay, den Boiler kann ich einfach ans Netz hängen. Alles klar. Gut, dann wäre das Erste, also einen Brunnen zu bauen plus eine elektrische Pumpe. Die ist ja auch klein, kostet nur ein Bauteil. Und dann brauchen wir einen Wasserturm. Speichert Wasser für die Verwendung. Die Frage, sollte das alles in der Nähe sein oder ist das egal? Und dann müssen wir ein Rohr ziehen hier hoch. Aber wäre es nicht praktischer, das da oben hinzubauen? Wartet mal, hier ist ja auch Wasser. Wir könnten doch hier so ein Extragebiet abtrennen. In einem so kleinen Innenhof diese Anlage bauen und dann gleich hier die Sanitäranlagen bauen. Ist egal, wo alles steht. Okay. Ja, aber irgendwie kommt mir das komisch vor, wenn das hier mitten im Feld ist. Ich finde, wir machen das so. Wir werden jetzt hier so einen neuen Hof bauen. Das ist das Erste. Wir bauen erst mal Wände. Sandsteinwände. Und zwar, vielleicht übertreiben wir es nicht. Ziehen wir es mal hier so hoch. Hier so lang. Und da so lang. Und dann machen wir hier eine Tür rein. Und später kommt dann noch hier irgendwo anders hinten eine Tür rein. Vielleicht in dem Bereich, ja. damit die dort, obwohl mit den Fäkalien durchs Bad zu gehen ist, auch kein Problem. Es ist auch nicht so doll. Und dann würde ich hier gewissermaßen eine Trennwand machen. Diese ganzen Pumpensachen hier hin bauen. Sowas wie so einen Wirtschaftsraum. Und dann von hier aus Leitungen legen. Wenn wir später Heizung machen wollen in so einem Kram. Genau, alles beisammen bauen. Weniger Ruhe. Das war jetzt auch mein Gedanke. Ja, zentrale Lage. Das ist halt das Problem. Wir haben keine zentrale Lage. Wir haben eigentlich nur diese oder diese. Klar, das mit den Wegen ist so eine Sache. Besucher sind angekommen. Sie haben Angst, keine Gäste betten. Ja, ist halt so. Müssen wir sie leider wegschicken. Wir haben immer noch diesen komischen Kranken. Wird er eigentlich automatisch jetzt Ne, warte mal. Müssen wir das noch festlegen, dass er Ach ne, wir wollen ihn ja einfach wegschicken. Wenn der gesund ist. So war das doch. Gut. Wir werden jetzt mal diesen Baum machen. Was ist eigentlich jetzt mit dem Bürgermeister-Ding? Können wir das hier schon definieren? Ja, Bürgermeister-Büro. Ha! Können wir schon machen. Sehr schön. Okay, alles klar. Schlafplätze können auch für Gäste sein. Ja klar, aber wir haben keine Schlafplätze. Wir haben ja nur... Können ja nicht dort, wo Gefangene sind, Gäste haben. Das geht, glaube ich, nicht. Oben das Zimmer. Ja, wir haben kein Bett frei, ne? Ja. Die Plätze auf dem Boden, die man machen kann. Ja, Leute, was sollen die jetzt hier auf dem Boden schlafen? Dann können sie auch woanders hinziehen. Das ist doch kein Sinn. Was kann abfackeln? Rohre können aus Holz sein. Ach so, alles klar. Nee, Holzrohre klingt irgendwie... Das tut mir leid. Das machen wir nicht. Wir nehmen Metallrohre. Also das klingt irgendwie absurd. Wir bauen keine Holzrohre. Die Frage ist jetzt, wie groß sollte man so ein Bad machen? Wir können es dann mal sehr großzügig anlegen. Wir machen hier eine Wand hoch. Und diese Wand runter. Und dann wird dieser große Bereich das Bad. Wir können das ja mal planen. Wir haben doch irgendwie hier so einen Planungsmodus. Wo war das eigentlich? Irgendwo war das. Hier planen. Also das können wir nochmal für ein Zimmer lassen, in diesem Bereich. Hier ziehen wir einfach noch einen Flur weiter durch. Und hier würde ich dann tatsächlich das Bad machen. Und hier Brunnen und diesen Kram reinmachen. Falls das denn reicht. Nee, auf dem Boden schläft hier keiner bei uns. Ja, also wenn wir jetzt neu bauen, dann kann man ja auch mal für die Zukunft bauen. Oh, verdammt. Hier ist dieser... Da ist der Puma. Oh, 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 oh. Kann der jetzt... Was machen wir jetzt? Äh, MacGyver? Warte mal kurz. Irgendwie kommt mir das jetzt ein bisschen doof vor. Nein, der kommt rein. Scheiße. Was machen wir? Hilfe. Hilfe. Was machen wir jetzt mit dem Puma? Er kommt rein. Wie können wir das verhindern? Wir müssen die Tür... Wir müssen... Wir müssen die Türen alle schließen. Nee. Wie kann man das? Hm... So rächt sich der späte Handel des Politikers. Puma einmauern. Können wir die Türen aktiv schließen? Ist das... Ist das der Befehl? Ja, wie wollen wir das jetzt? Leute, ich weiß nicht. Kann man... Kann man so die Türen schließen? Na geil, aber hau mal ab. Ah, der kann ja überhaupt durch Türen gehen? Ich glaube, der kann nicht durch Türen gehen, ne? Aber es darf natürlich jetzt auch niemand anders durch Türen gehen. Du darfst da nicht durch. Nein, 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 nein. Verdammt, was machen wir? Rechts ist ein Verscheuchen-Button, wenn ich den Puma anklicke. Händler, Zähmen, Jagen. Hä? Hä? Handler? Das ist Offenhalten. Okay, alles klar. Okay, dann war das der falsche Befehl. Was machen wir jetzt, Leute? Ich bin verzweifelt. Hm. Hm. Okay, entweder ich knall den ab oder ich lass den da langlaufen. Ja, das Problem ist... Warte mal, die haben... Oh, Gott! Da müssen wir die jetzt alle in den Kampfmodus versetzen, weil die jetzt abhauen müssen. Du gehst da hin. Ähm, Snowden muss her. Snowden ist im Bett. Der kommt in den Kampfmodus. Geht da hin. MacGyver geht erstmal hier um die Ecke im Kampfmodus. Der hat ein Sturmgewehr. Ist der Puma hungrig? Nahrung. Geht etwas spazieren. Nahrung 30%. Ah, haha! Okay, alles klar. Er geht wieder raus. MacGyver steht schon mit dem Sturmgewehr an der Ecke. Gut, äh, Rekayem, du kannst wieder mit dem... Du kannst wieder mit dem Holz kommen und diese verdammte Tür da jetzt bauen. Das ist nämlich sehr wichtig. Oh! Habt ihr das gesehen? Er hat den Waschbär totgebissen. Gott sei Dank, MacGyver. MacGyver bewacht doch eben Rekayem mit seinem Sturmgewehr. Während Snowden wieder... Konstruktion natürlich fehlgeschlagen. Ja, klar. Alles klar. Wisst ihr was? Ich glaube, MacGyver baut das lieber. Ne, jetzt muss er wieder Holz geholt werden. Mann, 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 Mann. Okay, auf jeden Fall hat er jetzt keinen Hunger mehr. Ja, besser den als uns. Das würde ich aber auch sagen. Okay, der Puma macht mich jetzt doch ein bisschen nervös. Gegen den müssen wir doch was machen. Aber erst mal die Wand bauen. Was ist denn da schon wieder fehlgeschaltet? MacGyver, das ist der Bürgermeister. Das Bürgermeisterbüro. Da soll sich niemand versammeln. Schau, da sitzt er auch. Das sind alles diese Möchtegern-Bürgermeister. Endlich geht das hier mit der Tür. Wo gehst du denn jetzt hin? Gehst spazieren. Puma angucken, oder was? Wieso, wir haben doch was getan. Wir haben jetzt eine Tür. Wieder. Alles gut. Alles gut. Der Puma pennt auf der Wiese. Ah, da ist er. Okay. Ja, ich meinte, wir könnten ihn natürlich jagen. Wir könnten das Problem jetzt ein für alle Mal lösen. Aber es ist nachts. Die Leute sollen schlafen. Ich greife mal lieber zum Whisky als zum Repetiergewehr. Muffelos jagen können wir auch mal. Das stimmt, ja. Aber wenn, dann würden wir erstmal den Puma jagen. Die Messer-Oma könnte ihn erdolchen. Ja, das stimmt. Das würde gehen. Die Frage ist, ob er sich da nicht rächt. Zähmen. Ein Puma-Zähmen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so einfach funktioniert. Ich kann es mir nicht... Ich finde das Risiko. Muss immer Fleisch für den haben. So. Alvarez ist jetzt... Ist jetzt komplett gesundet. Diese Dame. Was machen wir jetzt mit der? Wie... Wie kann man überhaupt was mit der machen jetzt? Äh... Warte mal. Paula? Ne, ausziehen will ich nicht. Äh... Paula, schlaf mal weiter. Das tut mir leid. Was machen wir jetzt mit Alvarez? Wie kann man die jetzt wegschicken? Hm. Gefängnis. Ah. Hier, freilassen. Ich würde sagen, wir lassen sie frei. Was sollen wir mit der? Die ist... Die ist also psychisch sensibel und eifersüchtig. Ist eine doofe Sache. Oder? Naja, ich werde den Puma nicht zähmen. Die Frage ist jetzt Alvarez. Ich... Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl bei Elvira. Wer heißt schon Elvira? Das erinnert mich an dieses wunderbare Computerspiel aus den... Ende der 80ern. Anfang der 90er. Da weiß man, was man erwartet. 67. Ich weiß nicht. Den Puma zum Fraß vorwerfen. Ausziehen. Okay. Otto, zieh Alvarez mal aus. Das ist nochmal ein Deal. Und dann lassen wir sie nackig... Wie gemein. So, jetzt freilassen. Ob sie uns dankbar ist? Äh! Sie zieht sich das wieder an. Sie zieht sich das wieder an. Hallo? Ich fasse es nicht. Sie ist frech. Die wird doch nicht freigelassen. Keine Interaktion. Erstmal muss sie hier wirklich entkleidet werden. Nochmal ausziehen. Ist ja unfassbar. Nieren... Ne, das machen wir jetzt nicht. So. Aber wie gemein ist das. Eine arme, alte Frau schicken wir jetzt nackig in die Wildnis. Sie hat sich schon wieder irgendwas gekreilt. Was nimmt die sich denn da immer? Zieht die sich da immer irgendwelche... Die Decken vom... Vom Bett an? Oder was? Kannst du das bitte mal jetzt mitnehmen? Ich muss schon schnell sein, wenn ich... Wenn ich Frauen ausziehe. So. Jetzt kann sie gehen. Alles klar. Freilassen. Dann passiert das jetzt einfach so? Oder muss sie noch jemand hinschicken? Muss Paula sie noch... Ne. Was macht sie mit dem Messer da gerade? Ach ne. Mit dem Messer lässt sie sie jetzt frei? Achso. Sie schneidet... Ah. Ah. Wie cool. Sie bringt sie vor. Oh. Das ist ja stark. Sie bringt sie vor. Aber das ist die falsche Seite. Das ist nicht die Puma-Seite. Carlotta hat da irgendwas falsch verstanden. Unsere Messer-Oma. Sie wirft sie den Hühnern zum Fraß vor. Ey. Wir haben Eier übrigens. Ich sehe. Wir haben Eier. Werden die jetzt ausgebrütet? Oder... Sind die zum Essen? Was ist denn da? Trading Opportunity. Ah. Okay. Okay. Wow. Der will Kleidung kaufen. Möchte aber 237 Silber als Gebühr haben. Bevor er eine Karawane sendet. Okay. Lohnt sich das? 237 ist ja eine ziemliche Menge. Da müssen wir einiges an Kleidung produzieren. Okay. Befruchtet steht für befruchtet. Alles klar. Lohnt nicht. Sagt Quertz. Ja, wir haben Kleider auf Lager. Das stimmt. Aber 237 ist viel. Weil wir uns... Wenn ich jetzt an das denke. Haben wir beim letzten Mal vielleicht 300 oder 400 verkauft. Und das ist als Gebühr. Nee. Nee. Nee, nicht ab. Ist zu hoch. Wie befruchtete Eier nicht ins Lager bringen. Muss man das einzeln managen? Das ist ja wohl verrückt. Oder kann man... Kann man sozusagen das Lager definieren, ob dort befruchtete Eier hinkommen? Und wo findet man Eier hier? Ah! Ah! Alles klar. So macht man das. Sehr schön. Die Weltkarte... Ach, will ich jetzt gar nicht zeigen. Das muss ja dann erst laden. Aber okay. Warum willst du das sehen? Das ist die Weltkarte. Und zurück. Am besten in einen Raum mit Heizung und Klimaanlage. Ach komm, die sollen sich nicht so haben. Jetzt fangen wir nicht an, noch die Eier auszubrüten. Nee, komm. Das geht zu weit. Das geht echt zu weit, Leute. Lagerzone bei den Hühnern auf kritisch. Einmal eins. Karte, Leute. Das ist... Nee. Ja. Nee. Aber wir haben ja jetzt... Wir haben ja kein anderes Lager für sowas. Für Lebensmittel. Insofern müsste das eigentlich liegen bleiben. Also eigentlich müsste das klappen. Gut. Was machen wir jetzt eigentlich? Ach so, wir sind oben bei dem Thema eigentlich dran. So, die Wände... Der Puma ist ja schon wieder am Start. Jetzt bauen wir den auch noch ein, den Puma. Behandlung benötigt. Was hat Paula? Ach, der hat auch Muskelparasiten. Okay. Langsam wird es jetzt unangenehm mit dem Puma. Hau mal ab, Puma. Aber er ist eigentlich gut gelaunt. Ach, geil. Jetzt haben wir einen Puma-Zoo. Er geht. Er geht nicht. Hm. Ach, Leute. Was machen wir jetzt mit dem Puma? Holen wir Snowden und erledigen ihn? Jetzt haut er ab. Okay, wir haben... Wir haben aber jetzt bald wieder Gästebetten. Wir müssen nämlich einfach das Gefängnis wieder mal umdefinieren. Gefangene... Nee, äh... Gefangene... Gäste... Zehn Silber. Ach so, sind beide schon definiert. Zwanzig Silber? Nee. Ach so, wir sind automatisch, ne? Aber hier sehe ich das nicht mit dem Silber... Ach so, weil das als Krankenbett ist. Jetzt geht's. Alles klar. So. Puma. Sterben oder nicht? Das ist jetzt die große Frage. Ich bin unschlüssig. Was macht der da jetzt, der Puma? Der könnte jetzt wild werden, weil wir aktiviert haben, ne? Also, wenn er es schafft, jetzt draußen zu bleiben, bevor wir die Mauer gebaut haben, dann hat er noch eine Überlebenschance. Wenn er jetzt wieder reinkommt, ist er tot. Okay, alles klar. Er will es nicht anders. Er will sterben. Nein, ich bin im Nahkampf. Okay, er flieht. Ah, vielleicht sollten wir jetzt nicht weiterbauen. Er ist angeschossen. Das ist auch nicht weitmännisch. Der Arme. Er blutet aus in acht Stunden. Das ist Tierquälerei. Okay. Puma erledigt. Alles klar. Er hatte seine Chance gehabt. Er ist wieder zurückgekommen. Nee. Lass verbluten. Ihr seid richtige Tierquäler. So, darf abgeholt werden. Alles klar. Was ist eigentlich hiermit? Das könnte bitte mal weggetragen werden. Arbeitsrausch. Prinzess ist mal wieder. Leute, die sind alle im Arbeitsrausch. Wahnsinn. Lager ist voll mit Nahrung. Läuft. Läuft alles. Prima. Was wir eigentlich nochmal machen könnten, wäre hier Dünger ausbringen. Aber das ist ja Baumaßnahme. Wir wollen ihn eigentlich jetzt woanders einsetzen. Er soll jetzt erstmal da die Mauer zu Ende bauen. Und die Tür dahinten und dann sehen wir weiter. Ach, Snowden. Ach so, der hat immer mal wieder seine Krankheitsschübe. Die Verbrennungsgrube. Na gut. Ist in Ordnung. Die Verbrennungsgrube. Die kann da bleiben. Das ist doch okay, oder? Kann das Feuer überspringen. Warum muss die eigentlich immer brennen? Das ist doch auch irgendwie Mist. Paula macht das schon mal sauber. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Tür da eigentlich so doll ist. Ich meine, wir gehen eigentlich nur hier hin, um Leichen zu verbrennen. Vielleicht machen wir die Tür doch nicht. Für diesen Fall muss man halt mal den großen Weg machen. Aber ich habe Angst, dass die Leute hier irgendwie durchlaufen. Oder so sinnloserweise. Das gefällt mir eigentlich nicht. Machen wir das mal nicht. Bauen wir hier auch noch eine Wand hin. Das dritte Bett noch zum Krankenbett. Oh ja, guter Hinweis. Sehr schön. Alles klar. Hatte ich noch gar nicht gesehen. Ja, klar verwerten wir ihn. Wird ja bestimmt bald von Otto erledigt. Aber Otto kocht jetzt erst mal. Das ist wichtiger. Aber okay. Wie kein freier, erreichbarer Lagerplatz. Äh? Du sollst doch schlachten. Hm. Schlachte Kreatur. Unbegrenzt. Müsste er doch eigentlich auch machen, oder? Oder kann man Puma nicht schlachten? Komisch. Merkwürdig. Verstehe ich nicht ganz. Rechtsklick Schlachtbank. Achso. Bereits von Paula benutzt. Ah, okay. Alles klar. So geht das. Gut. Das war der entscheidende Hinweis. So, McIver baut das Dach. Und ich würde sagen, der nächste Schritt ist dann tatsächlich, dass wir einen Brunnen bauen. So, und das sieht doch hier aus wie eine gute Brunnenposition. Optimal blau. Wir können ihn auch direkt in die Ecke bauen. Ja, warum nicht? So, dann müssen wir natürlich Strom hier noch hinlegen. Fällt mir gerade ein. Dann machen wir das mal als nächstes. Ein Stromkabel hier hoch. Hier durch. Und dann nachher hier lang. Okay. Und dann bauen wir eine elektrische Pumpe. Direkt daneben. Warum eigentlich nicht? Okay. 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 Und einen Wasserturm. Den wollen wir aus Stahl bauen. 25 Stahl, 80 Holz. Ach nee, das ist was anderes. Wasserturm, Stahl. 75 Stahl. Hm. Sandstein geht auch. Wie sieht es aus? Stahl haben wir jetzt inzwischen genug. Ja. Hm. Keine Ahnung, ob das so geht. Kabel geht nicht durch den Fels. Ach so. Okay. Eine zweite Stromleitung. Wir haben ja diverse Stromleitungen, die direkt am Verbraucher dran sind. Ja. Das mit den Batterien muss ich mir nochmal angucken. Okay. Kabel geht nicht durch den Fels. Und die Verbrennungsgrube mit den Leichen könnte tatsächlich auch noch ein Thema werden. Dann machen wir das so, dass wir das mal ordentlich machen. Und tatsächlich hier nochmal ein bisschen abbauen. Und dann einfach dort nochmal eine Wand setzen. So, jetzt kommt das Thema dann doch. Verbrennungsgrube könnte problematisch sein. Mit dem Wasser. Hm. Ja gut, wenn wir sie von dem Brunnenbereich wegnehmen wollen, dann müssen wir sie komplett woanders hinsetzen. Was irgendwie ätzend ist. Weil wir könnten sie hier hinsetzen. Das würde noch gehen. Ich glaube, das ist außerhalb des Brunnenbereiches. Dann machen wir das so. Okay. Gut. Dann bauen wir da noch eine Wand. Wo dann der Strom durchgehen kann. Ja stimmt, ich bin gerade in Baulaune. Da ist was dran. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie das dann mit den Wassertürmen funktioniert. Kann ich die, also in welchem Abstand muss ich die setzen? Kann ich die direkt daneben setzen? Muss da ein Rohr hingehen? Das ist die, das ist mir jetzt nicht ganz klar. Wasserfiltration. Oh, warte mal. Ist das noch relevant für das, was wir machen? Baue Wasserfiltersysteme auf, die die Wasserversorgung behandeln und das Risiko von Krankheiten beseitigen. Okay. Forschung. Tiefe Brunnen. Abwasseraufbereitung ist auch nicht schlecht, ne? Also wenn wir schon bei diesem ganzen Thema sind, werden wir das mal komplett machen. Und machen jetzt als nächstes Abwasseraufbereitung. Okay. Direkt daneben. Sagt ihr? Ist egal, wo ich das hinstelle. Na gut, dann stellen wir es direkt daneben hin. Wenn das so geht, dann machen wir das. Mal gucken. Ach so, die Rohre sind dann quasi unterirdisch verlegt. Alles klar. Ich verstehe. Ich dachte jetzt irgendwie so an überirdische Rohr, aber das ist natürlich Quatsch. Da kann man das einfach verbinden. Okay. Ja, verstanden. Danke, Alfarius. Gut. Dann ist das ein Thema für den nächsten Tag. Oh, Otto ist immer fleißig am Kochen, am Kochen, am Kochen. Sauber ist es auch. Ich denke, alle nötigen Arbeiten werden im Moment ganz gut verrichtet. Außer vielleicht das Bierbrauen. Das könnte noch ein bisschen besser laufen. Ich weiß gar nicht, was mit dem Hopfen jetzt geschehen ist. Ob der vergammelt ist? Nee, da liegt er. Nee, da liegt er. Irgendwie kommen die da nicht zu. Wir haben zu wenig Köche. Wir könnten Paula durchaus doch noch zur Köche machen. Wobei, naja, dann wird das Reinigen wieder vernachlässigt. Was ist wichtiger? Bier oder Sauberkeit? Hm. Na, mal gucken. Was passiert? Ich meine, es kann sein, dass Paula dann tagsüber kocht und... Ah, das könnte dann schon hinhauen mit dem Bier. Die Rohre transportieren auch Fäkalien und Frischwasser. Das muss man nicht trennen. Okay. Sehr schön. Ach so, die sind alle schon abgelaufen. Ah, alles klar. Kann man auch mit Rechtsklick machen, ne? Ja, okay. Verstehe. Gut. Erstanden, verstanden. Gut. Und eigentlich will ich hier auch noch... Was ist denn das jetzt eigentlich mit dem Filtersystem? Ist das jetzt neu dazugekommen? Brunnen, Dusche, bla bla bla, Heißwassertank, Solarheizung. Wo ist denn jetzt ein Filtersystem? Oh, ich sehe jetzt hier nichts Neues. Hm. Das verstehe ich jetzt nicht. Wir hatten doch gerade das erforscht. Wasserfiltration. Baue Wasserfiltersysteme auf. Wo sind die dann? Bei Produktionen ja sicher nicht, ne? Ich meine, wenn wir sowas... Ah, Wasseraufbereitungsanlage. Ah. Filtert Flüchtlinge jagt bei Rimwarden. Ein Sheriff namens Tal kontaktiert dich aus der Nähe. Er wird gejagt von Outlander der Fraktion Union von Rohr. Er fleht um Hilfe und bietet an, deiner Kolonie beizutreten. Er erzählt dir, dass er 71 Jahre alt ist. Für mehr Erfahrung bleibt keine Zeit mehr. Aber sei gewarnt. Wenn du annimmst, wirst du gegen die folgenden Outlander kämpfen müssen. Die Gruppe besteht aus zwei Dorfbewohnern, einem Grenadier, einem Stadtrat und fünf Stadtwachen. Okay. Das sieht aus wie eine ziemlich große Truppe, ne? Acht Leute. Ja, wir haben die Mauer schon. Noch so einen alten Sack brauchen wir nicht. Der Wind, der steht vor der Tür. Zu alt, zu viele Gegner. Ah, ich liebe diese... Ich liebe diese Argumente. Das mit der Toilette macht alles nur noch viel schwieriger. Okay. Ignorieren wir sie. Tal schreit panisch durch den blechernden Lautsprecher, bevor du die Verbindung kappst. Oh mein Gott. Granaten plus Holzwände. Nicht gut. Für die Beziehung ist das auch nicht gut. Warum setzt sich der Geil wieder hin? Ich verstehe es nicht. Unfassbar. Wir können mal schon mal die nächste Wand hier planen. Hier will ich nämlich eine Wand machen. Hier kommt eine Tür rein. Und dann kommen hier hinten die Sanitäranlagen. Auf der einen Seite die Toiletten. Und auf der anderen Seite die Duschen. Was gibt es denn eigentlich sanitärmäßig noch so? Also man kann... Man braucht... Eine Dusche. Was ist denn eine elektronische Dusche? Das ist ja geil. Mit Bauteilen. Wow. Okay, also elektronische Duschen nehmen wir natürlich. Badewannen gibt es auch. Toiletten, Waschbecken. Okay. Reis ist verortet. Ja. Gut. Also wir brauchen... Wasserfontäne. Also sag ich mal an Sachen selbst brauchen wir eigentlich nur Waschbecken. Toilette und Dusche würde ich sagen. Tut mir leid. Keine Flüchtlinge. Wir haben nicht genug Toiletten. Ja. Ne, jetzt... Ich will jetzt keine Alternativvorschläge haben. Wir ziehen das jetzt hier so durch. Das ist klar. Was macht ein Kalotter da oben? Ist egal. Okay. Toiletten, Duschen, Waschbecken. Man hat alles. Gut. Alles klar. Stromverbindung haben wir da. Jetzt muss das halt nur noch gebaut werden. Gut. Ich mache mal eine kleine Planung. Damit wir uns schon so ein bisschen freuen können. Also die Idee ist, dass ich hier... Also hier kommt eine Mauer hin. So. Hier... Kommen jetzt dann Toiletten hin. Da reicht doch eigentlich... Da reicht doch eigentlich so eine Kabine, ne? Okay. Das passt nicht ganz. Ist egal. Dann machen wir auf dieser Seite diese Duschen. Das sind so Zweierduschen. Da passen dann genau drei Duschen hin. Und dann machen wir... Jetzt brauchen wir natürlich noch die Waschbecken. Hier kommt eine Tür hin. Dann kommt hier und so. Da kommen dann auf der Seite und der Seite Waschbecken hin. So würde ich das jetzt machen. Und dann stellen wir noch ein paar Zimmerpflanzen rein. Und so weiter und so fort. Gibt es Alternativideen? Ja, das sind doch Trennwände. Das sind doch Trennwände. Was ich jetzt gemalt habe, sind die Trennwände. Es gibt extra Sanitärtüren, die nur Sichtschutz machen, aber Licht und so durchlassen. Ja, alles klar. Naja, das machen wir denn rein. Also sowohl bei Klo als auch bei Dusche machen wir denn diese Sanitärtüren rein. Eine Badewanne zum Schillen. Ja, wir können ja hier... Machen wir hier drei Klos und hier eine Badewanne. Gesondert. Ja, finde ich ist ein ganz guter Plan. Warum bauen die hier nicht weiter? Was macht MacGyver? Baut Brunnen. Doch, jetzt macht er das. Das Große wird ein Behindertenwitz. Okay. Jetzt bin ich nochmal gespannt. Das ist eine aufwändige Sache, wie wir sehen. Das da oben ist auch noch nicht gebaut, aber das ist jetzt nicht so entscheidend. Der Badewanne ist Zeitverlust. Ja, aber es geht auch um die Bequemlichkeit. Ich finde das mit der Badewanne gut. Die Wahl ist im Gang. Oh, jetzt wird es ernst. Jemand leidet... Steht kurz vorm Zusammenbruch. Ein Rivalen. MacGyver... Ne, das ist aber was anderes, ne? Bedürfnis. Stärkere Schmerzen. Was hast du denn? Ach, der hat diese verdammte Parasiten. Ja, der muss behandelt werden. Richard wird gebrechlich. Naja, wird schon behandelt. So, die Pumpe ist da. Jetzt fehlt nur noch der Strom. Ja, beziehungsweise... Ne, die Pumpe ist nicht da. Der Brunnen ist da. MacGyver bringt jetzt schon das Zeug ran und baut jetzt das Ding auch noch. Jetzt wird es spannend, Leute. Okay, jetzt ist der Strom da und jetzt fehlt vermutlich noch ein Rohr. Bauen wir das mal. Wo sind die Rohre? Rohre abreißen. Wo sind die normalen Rohre? Sind die woanders? Hä? Rohre abreißen. Abreißen. Wasserturm. Wo sind... Ach, da sind die Rohre. Alles klar. Wir nehmen natürlich Stahlrohre. Ist ganz klar. Und hier fehlt wohl irgendwas. Wollen wir mal gucken, ob das jetzt so hinhaut. Hm. Habe ich die jetzt gesetzt? Wird da ein Rohr gebaut? Ah, nee. Das Wasser kommt. Alles gut. Das Wasser kommt. Hervorragend. Leute, wunderbar. Gut. Aber warum zeigt der mir dieses Wassersymbol an? Behälter entleeren. Gut, was wir jetzt noch machen ist, wir werden jetzt noch dieses neumodische Ding hier reinbauen. 250 Stahl brauchen wir dafür. Ach du Schreck. Wasseraufbreitungsanlage. Das ist ja super teuer. Wir haben 65 Stahl. Ich glaube, das ist im Moment zu fett für uns, oder? Machen wir weiter mit dem Bau der Wände. Ach so, eigentlich können wir das erstmal so durchziehen und dann die richtigen Türen noch reinsetzen. Erstmal hier nehmen wir Holztüren. Prinzessin hat die Wahl gewonnen. Prinzessin ist Bürgermeisterin. Ich lache mich tot. Das ist lustig. Und jetzt brauchen wir noch die Hygienetüren. Wo sind die denn? Toilettentüren. Das sind die, ne? Die ihr meint? Ich denke, ja. Okay. Das kannst du mal bitte wegtragen. Dann brauchen wir natürlich noch einen Fußball und sowas alles. Ja, der Wasserturm im Badezimmer ist so eine Sache. Okay, das Orange sind voller Ruhe. Alles klar. Wie was, wer hätte fast geschrieben, was ist los? Keine Ahnung, was jetzt gerade für Panik ist. Frank, weswegen hättest du geschrieben? Wegen der Türen? Ach so, als ich die falschen Türen ausgesucht habe. Ja Gott. Ist ja nicht gebaut. Ich habe doch nicht die falschen ausgesucht, oder? Das sieht ja fast gut aus. Willst du sagen? Ja, natürlich sieht das gut aus. Wenn wir was machen, dann machen wir es richtig. Snowden muss mal behandelt werden. Also wenn wir es mal so richtig machen. Wir brauchen natürlich noch Fußboden. Da kommen irgendwelche hübschen, hygienischen Fliesen hin. Was nehmen wir da am besten? Metallfliesen. Bonus auf Sauberkeit. Und wir haben eine Besuchergruppe. Okay. Da könnt ihr mal nochmal einen Vorschlag machen, was wir jetzt für Fliesen nehmen. Marmorfliesen. Natürlich. Es müssen Marmorfliesen sein. Ist doch klar. Wir machen komplett Marmorfliesen. Hier eigentlich auch in dem Bereich. Ja, wir haben zu wenig Marmor. Das ist noch so ein Thema. Aber wir packen es hier schon mal hin. Das wird jetzt vermutlich auch mal wieder abgebaut werden. Ja. Wo machen wir das am besten? Ich glaube hier oben. An unserer Abbaustelle. Gut. Und zwar diese Ecke nehmen wir. Diese Ecke nehmen wir mit. Falls das dann Marmor ergibt, ne? Sonst ziehen wir hier einfach nochmal durch. Okay. Gut. Ja. Hervorragend. Dann baut mal. Jetzt gibt es fleißig was zu tun. Das da oben ist auch gebaut. Das heißt, das Ding können wir abreißen. Hervorragend. Parkett auf dem Klo. Wir haben noch kein Parkett. Ich kann die Brauerei größer machen. Ja. Das stimmt. Könnte ich hier noch größer machen. Ist aber jetzt auch nicht so entscheidend. Ey. Wir haben Bier. Wir haben das erste Bier hergestellt, Leute. Großartig. Wunderbar. Das ist doch ein echtes Erfolgserlebnis. MacGyver ist jetzt hier stark erbauen. Wir brauchen vermutlich auch Sandstein. Fällt mir gerade mal auf. Also. Schauter muss jetzt richtig loslegen. Äh. Waffenhändler. Das ist interessant. Eine große Gruppe. Die zu uns kommt. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Otto ist natürlich am Schlafen. Wenn die Händler kommen. Warum kommt die mir tagsüber? Ich frage mich, was Princes jetzt macht als Bürgermeisterin. Hat das noch irgendeine Funktion? Jetzt schläft Paula und Otto. Sowas, ey. Okay. Ich bin gespannt, was die für Waffen haben. Aber die werden vermutlich keine Kunst annehmen, oder? Wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen Geld sparen und nicht immer alles kaufen. Also Paula und Otto. Einer von den beiden müsste mal aufwachen. Ich weiß gar nicht, warum schläft ein Paula hier tagsüber? Ist die krank oder was? Ich hoffe, Schauter hat ordentlich Kunst gemacht. Ah, Paula ist wach. Ja gut, gehen wir mal mit Paula da hin. Wo ist hier der Boss? Ich sehe ihn nicht. Da. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Nebenbei brauchen wir aber auch Sandstein. Wo kriegen wir Sandstein jetzt her? Hier. Das muss auch... Ups. Ah Gott. Paula ist bekifft. Oh, nee, ne? Nee. Die ist nicht bekifft. Die hat Muskelparasiten. Na gut. Dann müssen wir warten, bis Otto aufwacht. Die werden ja über Nacht bleiben. So, ich wollte hier noch ein bisschen abarbeiten. Dann ziehen wir das hier komplett weg. Und wir warten, bis Otto aufgewacht ist. 17 Uhr. Ich glaube, 18, 19 Uhr steht er immer so auf. Oh, übrigens, unser Lager ist fast voll. Wir müssen... Wir müssen wieder was tun. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Wir müssen mehr Bier brauchen. So, Otto ist wach, Leute. Otto ist wach. Äh... Jetzt. Otto kann sprechen. Hoffe ich doch. Ach nee, sehen wir erst, wenn er da ist, ne? Bin ich ja mal gespannt. So. Was haben die denn? Wir gucken erst mal, was wir verkaufen können. Ja, wir können Skulpturen verkaufen. Aber warum hat er nur eine gemacht? So. Was können wir noch verkaufen? Wir könnten die ganzen Klamotten verkaufen, die gemacht wurden. Und... Sind das Waffen, die rumliegen bei uns? Hm. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Okay. Okay. So, Leute. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, was wollen wir denn von denen vielleicht haben? Gibt's irgendwas? Die haben Pila, Wurfstärke, Langbogen. Das ist doch alles Mist, was die haben, oder? Die haben Wagen zu verkaufen. Und ein Panther. Ja, aber die fressen zu viel. Hatten wir, glaube ich, vorhin gesagt, ne? Die haben ja nix. Ich dachte, Waffenhändler, die kommen... Aber das sind ja irgendwelche mittelalterlichen Waffenhändler. Ist ja wohl ein Witz. Anti-Psycho-Folien-Helden. Die reduziert die Auswirkungen von psychischen Wellen. Das kann vielleicht nochmal helfen. Ansonsten eine Plattenrüstung. Ja, Melone gibt Ambrosia. Könnte ich verticken. Warum habe ich einmal Zeug, das billig ist, und einmal Zeug, das teuer ist? Okay, ich verticke ich. Von mir aus. Die haben Silber. Ja, klar haben die Silber. Das ist die Währung. Ja, okay. Jetzt ist nur die Frage. Wir könnten Geld sparen für den nächsten Deal. Das Einzige, was ich mich frage, lohnt es sich möglicherweise, so eine Plattenrüstung zu kaufen? Für den Kampf. Klingt irgendwie ganz gut. Müsste man sich dann überziehen, wenn es losgeht? Oder eine Schutzjacke? Wie seht ihr das? Geld sparen, Rüstung ist zu teuer. Okay, zu teuer. Okay, gut. Dann verticken wir jetzt. Dann würde ich sagen, verticken wir jetzt unsere gesamte hergestellte Kleidung. Und hier bei diesen Waffen bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, wir behalten die nochmal für den Notfall. Ich weiß gar nicht, ob wir die überhaben oder so. Jetzt verdienen wir 973 Silber. Gut. Ja, ja. Ich wollte die Rüstung auch nicht laufend anziehen, sondern immer wechseln dann, wenn es zum Kampf kommt. Aber wir machen das so. Haben wir jetzt ordentlich, ordentlich Geld verdient. Gut. Okay. Oh, hier ist von denen... Irgendjemand ist krank hier. Einer von den Sklaven ist krank und liegt jetzt bei uns. Wie auch immer, Leute. Ich würde sagen, wir haben jetzt ein schönes Stück geschafft und ich denke, wir machen jetzt Feierabend. Ja. Wir haben Bier gebraucht. Wir haben den Anfang gemacht hier bei der ganzen Wasserversorgung. Das nächste Mal werden wir das Bad fertig machen und wir werden das ganze Thema Heizung organisieren, glaube ich. Dass wir über Warmwasser gehen und ein schönes Heizungssystem verlegen. Das sollte das Ziel sein. Der Rest scheint irgendwie gut zu funktionieren. Das ist hier gewissermaßen unser Not... unser Notraum. Falls jetzt nochmal wieder so ein Giftregen kommt oder so ein Kram. Ja. Wie viele Hühner gibt es? Oh, wir haben... Oh, sehr schön. Ein nächster Erfolg. Wir haben zwei Küken. Das ist ja entzückend. Sehr schön. Da. Da ist ein Küken. Großartig. Wunderbar. Auch das hat geklappt. Sehr schön. Und das Heugras ist 31%. Ich weiß nicht, ob es man noch ernten kann. Und Schauter ist bei... Aber wieso ist MacGyver hier beim Bürgermeister? Das verstehe ich immer noch nicht. Finde ich echt merkwürdig. Na gut. Wir machen Feierabend, wenn das erste Häufchen ins Klo gesetzt wird. Ah, pünktlich ein Uhr. Nee, genau. Die innere Uhr funktioniert. Dätschlichen Sieg. Untertitelung des ZDF, 2020